48 Stunden in der Unterwelt von Paris. Mit insgesamt zwölf Teilnehmern wagen wir uns für zwei Overnights in das 300 Kilometer lange Tunnelsystem. Deswegen Bühne auf für die Teilnehmer des 48 Stunden Katakomben-Projekts. Der erste Experte im Thema Stimmung machen ist der gute Adventure Dog. Er hat die Wildcard mit einem verrückten Overnight auf einer Brücke gewonnen und auf seinem YouTube-Kanal macht er mit seiner Frau und dem wahren Adventure Dog nur so verrücktes Zeug. Mit Tacos World war ich jetzt schon viele Male auf Lost Place Tour unterwegs und ihr liebt es mindestens genauso sehr wie die Frauen Taco. Auf seinem Kanal macht er Radtouren, Lost Place Videos und ist immer für die durchgedrehtesten Aktionen zu haben. Der angehende Arzt und somit Medic der Gruppe Xander Stories. Wer keinen Bock hat auf Schlafen, einfach auf Xanders Kanal vorbeischauen, denn er erlebt in seinen Geisterjagd-Videos immer wieder paranormale Phänomene. Die liebe Kimi oder auch Kimi's Exploring hat ebenfalls den Wildcard-Spot gewonnen, in dem sie durch die Kanalisation eines Lost Places gekrochen ist. Für alle, die es eng, voll und dreckig lieben, ist Jerry's Lie mit Nadine euer Couple. In Österreich war Jerry schon in zig TV-Shows, denn er ist bekannt als der König der Unterwelt. Robin und Stefan von Urbex Adventure sind wie Chuck Norris und Terence Hill der YouTube-Welt. Ihr Humor kennt keine Grenzen, was man sehr oft in ihren abgedrehten Lost Place Erkundungen sehen kann. Hubi der Riese hat durch seine direkte Art und sein riesiges Herz auch unsere Herzen erobert. Als ausgebildete Sicherheitsfachkraft für Personsschutz ist er unser persönlicher Aufpasser. Er selber nennt sich oft Opa, dabei ist er, wenn er seinen Kaffee trinkt, fitter als wir alle. Ich spreche von keinem anderen als der jahrelang Lost Place Legende Let's Urbex. Der Duft von Sujuk aus der Hose erinnert immer gleich an meinen jahrelang besten Freund, unseren Quotentürken und Zuschauerliebling Ich bin das furchtlose Berghang. Und natürlich meine Wenigkeit, immer auf der Suche nach Adrenalin und Gänsehaut. Normalerweise unterwegs auf Lost Place Touren und verrückten Overnights, will ich jetzt dieses unvergleichbare Team mit dieser Expedition in den totalen Wahnsinn treiben. Die Talente für die Sleeve und die Ausbildung! Die Talente für die Säge und die Verkaufelung im Programm aus dem Programm von Kasselerin und Vokalmen. Die Talente für die Säge und die Jesse-Bereine zu schichten. Die Talente für die Säge anwärtigen Riese ist eine Möglichkeit. Die Talente für die Säge! Die Talente für die Säge und die Riese, ist eine Möglichkeit, die Talente für die Handelung genommen werden. Die blöden Franzosen sind so teuer, ey. Leute, ich brauch mehr Kanalmitglieder, damit ich's refinanzieren kann, lass mal ein Kanalmitgliedschaft da, bitte, komm nicht mehr raus und Maurice, wenn du nicht Kanalmitglied wirst, guck mal die Fahrräder, wie sie da auf dem Boden liegen, es ist nicht doll, da vorne liegt halt direkt, einer auf dem Boden, noch mit daneben, schöner geht's nicht. Frankreich. Wunderschön. Ich rauch ein Zigaretten. Mit Jeanette und Klo. Cool. Spaghetti. Jeanette. Cool. Frankreich, Frankreich. Die Deutschen sind jetzt da, dass ihr nur einmal für Schweiz wisst. Okay? Oh, die Deutschen sind da. Frankreich. 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 So, Freunde, angekommen in der Tiefgarage. Jetzt heißt es, ab zum Hotel. Boah, und ich freu mich. Ey, duschen. Hier. Hier ist Exit. Parkhaus-Erkundung, Freunde. Also, was hier schon paranormal ist, ist echt die Leute und die Stadt generell. Wir sind nur über die Autobahn gefahren. Die ganzen Roller so knapp an uns vorbei. Ich schwör's euch, 50 Meter weiter. Auf einmal bildet sich ein Stau. Einer richtig sich ausgelegt. Richtig krank. Alter, wir spawnen halt echt einfach in einem Krankenhaus. Das war jetzt nicht geplant. Alter, war's ein Krankenhaus, ey. Also, ja. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr sowas hier auch gerne öfter sehen wollt, ne? So einfach dieses drumherum, abseits von Lost Places, sag ich jetzt einfach mal, ne? Schreibt's mal in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren. Ich krieg jetzt schon Patakomben-Vibe so in letztem Jahr. Weil die Straßen hier und so, die Stadt halt auch alle gleich aussieht, ne? Da ist es. Frankreich, Frankreich. Für die YouTuber sind wir angekommen. Uh! Fliege, Mann! Die sieht aber dick aus. Das Ding rappelt und rüttelt hier. Es ist schon wieder mehr Adrenaline als bei einer Lost Places-Erkundung hier. Schau an. Aha. Noch ist es dunkel. Jetzt ist es hell. Aha. Kann man machen, ne? Kann man machen. Kann man machen. Kann man machen. Okay, nicht schlecht. Okay, nicht schlecht. Erstmal ne Dusche, sag ich euch. Oh, Freunde, ey. Frisch geduscht. Und es ist grad ne Entscheidung gefällt worden. Taco meinte, mir würde so wie Jerry so ein Schnurrbart ganz gut stehen. Ja, aber nicht so ein Zwirbelding. Nein. Aber den lässt ab. Einfach hier ab, oder was? Ja. Oh, ich glaub ich seh übelst hässlich dann aus. Voll nicht. Meinst du wirklich, Taco? Ich hab Angst. Willst du machen? Soll ich. Ich bin bereit. Bin ich bereit? Ich weiß es doch nicht. Ja, bist du. Okay, komm mach. Ich schlag's dir los, weil jetzt mach ich alles ab. Nein, nur noch kleinste. So, warte jetzt mal. Was ist das für ein Block hier, ey? Schnurri ist cool, Alter. Schreibt's mal in die Kommentare. Schnurri ist ja wohl das Beste, was gibt. So, Taco, ey. Am besten noch Fukuyla dazu. Leute, oh nein, ey. Oh nein. Guck mal, so. Achtung. Taco, weißt du, was ich dir eigentlich gerade anvertraue? Dein Stolz. Dein Stolz? Nein, du vertraust mir deinem Kapital an. Dein Gewinn ist dein Kapital. Hör mal auf zu lachen. Ey, gar nicht, Junge. Was macht mir hier? Das ist der Patakombenbart. Oh Mann, ey. Oha. Oha. Hübschermann, sag ich dir. Alter. Hat ein bisschen was. Es hat Stil irgendwie, ne? Übelgeil, Mann. Aha. Übelgeil. So ist ja ein richtiger Cowboy. Alter, aber irgendwie, ich weiß nicht. Das nennt mich auch immer ein bisschen um Super Mario. Ich find's richtig geil. Weil du auch einen schwarzen Bart hast. Und weil das bei dir an den Seiten so richtig runter wächst. So geil. Leute, ihr schreibt's mal in die Kommentare. Wie findet ihr's? Ist's gut? Also, ich muss erst mal abwarten, was die Zuschauer sagen. Aber... Die Zuschauer, die sind witzig. Die Zuschauer entscheiden, ob's gut ist oder nicht. Gut oder schlecht. Freunde, wer weiß, vielleicht sind da schon die Katakommenden unter. Eigentlich wollten wir uns schon mit Jerry treffen. Und Nadine, aber die antworten uns gerade nicht auf WhatsApp. Die sind bestimmt schon zugange im Hotelzimmer. Kann schon sein. Deswegen schauen wir mal, dass wir irgendwas finden. Was nicht unbedingt eine Dönerbude ist. Wir wollten eigentlich richtig geil mal irgendwie französisch essen gehen. Aber ich befürchte, dass wir hier nicht viel in die Richtung finden werden. Wir haben den ganzen Tag nichts richtiges gegessen. Und deswegen haben wir uns gedacht, essen wir jetzt was richtiges, richtiges. Guckt euch das mal an. Hier ist das Knochenmark noch, was wir jetzt hier rauslöffeln können. Ich mach jetzt einfach mal ein Live-Tasting hier auf Video. Komm. Boah, das ist richtig fettig. Kann was. Kann was. Da kommt der Mann. Wollen Sie Rosen kaufen? Mann. Wollen Sie Rosen kaufen? Wollen Rosen kaufen? Yeah. Okay, okay. Wir sind gerade mitten in der City und haben tatsächlich schon mal den Ort aufgesucht, wo der offizielle Teil der Katakommen ist. Historie de Paris. Katakombs. Das hier ist der offizielle Eingang zum offiziellen Teil der Pariser Katakommen. Hier. Hier rein leuchten. Oh, das geht schon sehr tief. Doch, das ist es. Ja. Also ich würde schon vermuten, ja, von der Tiefe her passt es. Wir stehen gerade auf den Pariser Katakommen. Ja, Mann. Schau mal vor, jetzt zu dem eigentlichen Eingang einmal checken. Ich hätte schon irgendwie boxt, oder? Das ist das Reiz. Schau mal, Alter. Haha, geil. So Freunde, tatsächlich ist das hier genau der Eingang, den wir gesucht haben. Wir haben uns gedacht, wenn wir schon in Paris sind und Abend vorher, dann schauen wir doch direkt mal nach dem wirklichen Eingang, den wir morgen neben gaben. Und das ist er hier. Ich hoffe, dieses Tor da ist offen. Gucken wir mal. Ist zu? Okay, zack, zack. Komm. Zieh durch. Alter. Man erkennt es wieder. Hier sind wir letztes Jahr entlang gelaufen. Von da kamen wir. Und da geht es Richtung Katakomben. Das ist richtig geil. Ich weiß, das wird kommen. Oh, sorry. Ich fühle es gerade richtig. Ich fühle es gerade auch richtig, Leute. Das ist richtig cool. Da hinten kommen auch schon andere Lichter. Das ist Polizei. Wir haben halt auch wirklich nichts dabei. Keinen Rucksack, nichts. Ihr seht, ich filme mit Handy. Leon hat zufällig eine Taschenlampe dabei gehabt. Ich habe zufällig meine GoPro dabei gehabt. Einfach mal gucken. Hier werden wir morgen mit zwölf Leuten langlaufen. Wir haben den Eingang gefunden. Wir sind jetzt echt bestimmt zehn Minuten hier lang gelaufen. Da ist der Müllwerk von den Ketterfalz, die hier mal den Müll rausbringen. Hier ist der Eingang. Die sind da, Mann. Die sind einfach da. Krass, Mann. Es ist so irgendwie unrealistisch, oder? Ja. Oh, Leute, ich kann uns gerade selber noch gar nicht richtig fassen. Wir machen jetzt erstmal hier ein Foto. Schicken das in die Katakombengruppe. Morgen wird hier mit zwölf Leuten rein. Komm, wir machen ein geiles Foto. In diesem Sinne einen guten Morgen, meine lieben Freunde. Wir haben hier so zwei Leute aufgegabelt von der Straße. Und ich glaube, die kennt ihr vielleicht, ja? Wir haben hier den guten Jerry, Jerry Snee und Nadine. Eng, feucht und dreckig. Aber glaubt mal, Freunde, es ist besser, wenn man uns nicht kennt. Weil dann hat man mehr Überlebenschancen. Leute, ich sag's euch, das wird richtig gut. Alter. Ihr beide, ihr studiert schon hier komplett. Wir sitzen hier, Leute, tatsächlich. Unten ist der Eingang. Wir haben uns jetzt hier ins Katakomben-Café gesetzt. Und die beiden, die... Was ist das? Einfach mal so genannt. Ja, es ist halt wirklich, es ist auch so. Und die beiden, die haben hier schon die Karte und studieren die. Richtig geil. Nadine hat die Karte viermal gedruckt in vier Teilen und zusammengeklebt. Übelst krank. Jetzt werden Pläne geschmiedelt. Jetzt wird sich nochmal richtig gegönnt hier. Also, dass es mittlerweile ist, dass hier mehr ein Food-Travel-Vlog. Wie heißt das schon? Man gönnt sich ja sonst nichts. Alter, du hast irgendwie für jede Situation einen Spruch, den du auf deinem Körper tätowiert hast auf Lager. Man muss die machen. Der Typ ist so geil, ey. So, Freunde, jetzt wird es richtig ernst. Guck mal, da stehen auch schon zwei. Da stehen auch schon zwei. Oh mein Gott, das ist Leon. Das ist Leon-Tikau. Und Choco-Schwurl. Oh mein Gott. Falls ihr euch jetzt wundert, warum der gute Adventure-Doc, der Mike, hier mit am Start ist. Willst du das den Leuten mal kurz erklären? Ich hatte großes Glück. Einen Tag vorher habe ich eine wunderschöne Nachricht bekommen. Die wohl schönste Nachricht, die man sich vorstellen kann. Leon persönlich hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Wenn ich Bock hätte und Zeit bei den Katakommen dabei zu sein, kann ich einspringen, da der Alex, also Roofless Cat, leider erkrankt ist. Vielleicht hast du ja Bock und Zeit, morgen spontan nach Paris zu kommen. Na klar, Junge! Geile Sache, Mann! Natürlich bin ich dabei! Ich bin Sponsor! Geil! Mit dem Gedenken von Alex wird auch, glaube ich, du wirst die Hose tragen, die Taco noch mit hat, die zweite oder was? Also, ich versuche dich ebenwürdig zu vertreten und auch von mir gute Besserung und danke für die Gelegenheit. Oh, da kriegen wir Besuch! Guck mal, wer da ist! Alter, sogar der mit am Start, ey! Ronaldo! Ronaldo! Eskaliert jetzt schon komplett. Paco! Jedes Mal ein Eis heute am Start. Bingo Bongo! Die Wildcard und die beiden. Leider, haben wir Kaffee gekocht? Ne, leider nicht. Das ist zu heiß für Kaffee, Stefan, sorry. Am Anfang lief nichts wie geplant. Eigentlich hatten wir die Idee, uns fürs Reingehen in drei Teams aufzuteilen, um unauffälliger und schneller zu sein. Doch als wir gerade bei dem verlassenen Bahntunnelsystem ankamen, hat uns bereits die Katakombenpolizei abgefangen. Damit dieses Projekt aber nicht direkt am Anfang in die Hose geht, haben wir, sobald sie außer Sicht waren, direkt die Beine in die Hand genommen. Es ist gerade schon die Katakombenpolizei, es ist jetzt gerade kein Spaß an uns vorbeigelaufen. Die sind nämlich dahinten komplett die Bahngleisen entlang und meinten, wenn sie wiederkommen, sollen wir weg sein. Ja, und wir nutzen natürlich jetzt den Moment. Ich freue mich so, dieses Projekt geht mal wieder mega krank. Wir haben die verschiedensten Persönlichkeiten dabei, aber die werdet ihr auf jeden Fall noch im Laufe des Videos kennenlernen. Das sieht aus wie so eine Höhlensteiger-Ausrüstung irgendwie. Und dann aber hauptsache mit der Lidl-Tüte und die haben gerade noch Eis geholt. Eis für alle, ihr Freund. Okay, Freunde, jetzt geht's rein in die Dunkelheit. Darf ich euch kurz daran erinnern, dass das das letzte Mal ist für die nächsten zwei Tage, dass ihr Tageslicht sehen werdet. Es wird jetzt nur noch dunkler und dunkler und dann war es das mit Tageslicht für die nächsten zwei Tage. Okay, die Situation wird brenzlig. Wir sind uns nicht sicher, aber wir glauben, dass gerade die Polizei da hinten uns hinterher kommt. Fängt auf jeden Fall schon mal nicht an wie geplant. Alles verlief plötzlich unter Stress. Ohne sich überhaupt kurz abgesprochen zu haben, huschte wegen der riskanten Situation einer nach dem anderen einfach in das hunderte Meter lange Tunnelsystem. Okay, jetzt wird's ernst. Das ist der Abstieg in die Katakomben. Kann's kommen. Okay. Es geht los, Sonne. Jetzt gucken wir mal, ob sich die Wattstiefel bewärmen. Puh. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwierig das ist mit dem fetten Rucksack auch noch. Das Geile ist, ich habe die anderen verloren. Es ist gerade kein Spaß. Also Leute, an dieser Stelle, lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da für diese geisteskranke Aktion. Und es hätte nichts schlimmer kommen können. Wegen des chaotischen Einstiegs hatte ich plötzlich niemanden vor mir oder hinter mir. Ja. Leute, ich bin zurück. Junge, jetzt einfach schon Hälfte der Energie weg durch Schreien. Du hast mich richtig bekommen. Ich wollte dich tatsächlich nicht mal entspecken. Ich wollte hier warten, weil Hubi wollte erstmal da lang und ich meinte, du musst ja hier lang. Hast du da jetzt im Dunkeln gestanden? Ja. Alter, Respekt. Gargant sagt es gerade, hier sind immer mal wieder Löcher, die richtig tief reingehen. Hier der gute Alex Xander Stories, der wohl geilste Geisterjäger auf dieser Welt. Sogar mit dem Katakomben T-Shirt, so lobt mich das. Ja natürlich, das muss ja sein. Boah, ich hatte so Schwierigkeiten beim Reinkommen. Ich bin den ganzen Weg alleine gelaufen, weil ich habe die Franzosen vorgelassen. Man hört sich ja auch nicht, es ist halt so laut in den Gängen. Leute, der Plan ist der folgende. Wir müssen jetzt erstmal eine gute Stunde zum La Plage laufen. Das ist quasi der Versammlungsraum, wo diese große Statue drin steht. Der Plan ist, dass wir da unser HQ machen. Da werden wir schlafen, da werden wir essen. Und von da werden wir die einzelnen Expeditionen dann starten. Mit allen einzelnen Gruppen. Ich dachte mir, was läuft denn da für ein blauer Mölsack rum? Das ist das Hubi auf einmal. Hubi, ich weiß nicht, aber du siehst irgendwie aus wie ein Wrestler oder so. Auch mit dem Tanktop, mit den Knieschonen an. Und trotzdem so am schwitzen, ey. Wie ist Trump schon? Wir sind gerade rein, ey. Tropfstein, Hubi. Tropfstein, Hubi. Okay, bloß nicht rein. Ja, natürlich werde ich da reingucken. Das sind aber immer Spinnnetsche und so. Laberkreis. So, Mülltüten, Mann. Jetzt ist es mal gut mit den Spinnwitzen. Alle da? Weiter laufen, nice. Hubi ist der Einzige, der sich einen Müllsackers Rucksack mitgenommen hat. Und aussieht wie ein Wrestler. Die beiden Badehosentypen. Das ist so geil, ey. Hier sehen wir gerade die zwei unterschiedlichen Herangehensweisen. Wir Wattstiefel dieses Mal und hier Flussschuhe und Badehosen. Schreibt mal in die Kommentare, wofür ihr euch entschieden hättet. Wir müssen mal auf Robin warten, weil ich ... Du weißt nicht genau, wo lang? Ich check's halt nicht irgendwie. Geht schon los, ey. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Maik von dem Team Adventure Dog. Und ich bedanke mich einmal dafür, dass ich dabei sein darf. Und ich wünsche auch an dieser Stelle noch einmal gute Besserung an Alex. Er hatte auch eine übelst geile Wildcard-Bewerbung abgedreht. Einfach ein Overnight auf einer Brücke, die noch gebaut wird. Wir haben es jetzt halb sechs und ich höre hier die ganze Zeit Geräusche, als wäre tatsächlich jemand im Brückenkasten. Ey, ich freue mich, dass du dabei bist, Mann. Danke. Es ist ein wahnsinnig geiles Gefühl dabei zu sein, echt. Die Gruppendynamik ist einfach top, super Stimmung hier, es macht mega Spaß. Wie heißt der Ort, wo du hinwollt? Laplage. Sorry, Leute, wir wollen zu Laplaza. Laplage, Laplage, Laplage. Wir müssen hierher folgen? Nein. Hierher? Ja, für Omi. Omi. Wir sind falsch. Hierher. Danke, Leute. Wir sind schon direkt falsch. Du gehst da auch? Ja. Okay, perfekt. Du bist in der Geist? Ich glaube. Oh, irgendwie. Nicht wirklich. Wir haben keine Geist. Wir haben keine Geist. Wir haben keine Geist. Wir haben keine Geist. Wir werden in irgendeinen Hinterhalt oder so gelockt. Es ist richtig tief und das Wasser ist übelst hoch. Wir warten jetzt mal kurz auf die anderen. Ist echt nicht ohne. Du gehst hier mehr oft? Ja. Was sind deine Nämme, wenn ich mich fragen? Nämme hier? Wir haben keine Nämme, also wir haben einen Namen, den wir hier benutzen. Einen Namen. Einen Namen. Und meine ist Lex. Lex? L-E-X. Man kann hier quasi getauft werden. Dann wird der Kopf ins Wasser eingetunkt und man kriegt einen Namen zugewiesen. Mega krass. Boah. Es ist jetzt schon todesanstrengend. Boah, guckt euch das mal an. Aber wir sind bestimmt so 30 Meter unter der Erde. Jetzt gerade. Ich krieg Albträume. Ich will gar nicht mehr pennen jetzt hier. Deine Seele gehört mir. Hier. Aha. Das erkennt man doch wieder. Ich würde sagen, wir sind angekommen. Wir waren zwar jetzt bei La Plage angekommen, es fehlten aber aus irgendeinem Grund vier Leute. Und so wurde von Minute zu Minute der Unmut in der Gruppe größer. Wir sind gerade mal angekommen drin und es ist jetzt schon so aufregend. Ja. Oder irgendwie so, weil alles nicht läuft wie geplant auch so, ne? Ja. Jetzt wartet man irgendwie, keiner kommt. Ja. So, wir warten jetzt auch schon hier, also wir sind schon eine Viertelstunde ungefähr hier. Die kommen nicht hinterher. Wir wissen nicht. Sind die vielleicht irgendwo anders? Wir wären ja auch fast falsch gelaufen, ne? Ja, ja. Wir wären fast falsch gelaufen. Wir hätten jetzt schon ganz woanders stehen können. Ja. Was haben die gesagt? Nach oben da in diesem Bereich, in Norden? Soll man nicht machen. Also, die draußen haben uns ganz, ganz krass davon abgeraten. Und er hat gemeint, er hat uns darum gebeten es nicht zu machen. Er hat ne Karte von vor zwei Jahren und die sah schon komplett anders aus als unsere. Ja. Okay, und unsere? Wann ist die? Wann ist die? Die man im Internet download kann vermutlich immer sehr alt. Scheiße. Ja, richtig scheiße. Also kann man sich nicht mal auf diese Karte wirklich verlassen? Nein. Die draußen kannten unsere Karte gar nicht ernst. Weil wahrscheinlich auch immer wieder irgendwelche Teile verschlossen werden, einstürzen oder was auch immer. Safe. Ja, klar. Von Minute zu Minute tut sich mehr und mehr Unsicherheit in der Gruppe auf, weil der Rest nicht hinterher kommt. Also es fehlen gerade vier Leute und wir wissen einfach nicht, wo die sind. Also wir warten jetzt schon über 20 Minuten und es ist noch keiner hier. Also wir haben schon überlegt, ob wir die irgendwie suchen gehen oder so, aber es macht jetzt auch keinen Sinn, ey. Weil dann verliert man sich noch mehr. Es tut sich gerade immer mehr Unsicherheit in der Gruppe auf, wie man vielleicht merken kann. Scheiße, ey. Ich seh schon, mit zwölf Leuten hier unten rein und mit acht nur wieder hoch. Wir wüssten dann nicht mal, was passiert ist, ne. Also selbst wenn wir jetzt 5 Stunden warten und es kommt keiner und wir sagen irgendwann, wir gehen wieder raus, wir wüssten trotzdem nicht, was passiert ist. Ja. Wir müssten dann erstmal versuchen, die zu erreichen und wenn die dann aber noch drin sind, kriegen wir keine Antwort. Vielleicht haben die auch abgebrochen und wir wissen, was wir sind. Da sind sie. Die Verschollenen. Was riecht denn da hier so nach ***, ha? Sie haben es doch geschafft. Sie haben es doch geschafft. Sie haben es doch geschafft. Das ist schwierig, aber wir wollen langsam gehen und dann einfach gucken, was wir auf dem Weg finden. Wir werden jetzt auch tatsächlich ein bisschen mehr zusammen bleiben, dass wir uns nicht wieder verlieren. Und ich hoffe, es wird was. Bist du bereit? Ich bin immer bereit. Ja, ist auch wirklich. Habe ich letzte Nacht gemerkt. Meine Mutter guckt das. Alle voll schief hier am Durchlaufen. Wir kommen hier 10 cm kleine Räder raus. Ja. So Kinder, wie gefällt euch der Familienausflug? Ja. Yeah. Krassig. Achterbahn gibt es hier leider nicht. Da fahren wir ein ganzes Labyrinth vor uns. Und du kriegst einen Knochen in den Arm. Yeah. Kommt jetzt Wasser oder so? Durch Wasser hast du Erfahrung mit durchzukriechen. Ja. Wasser habe ich Erfahrung. Kimi hat eine geisteskranke Wildcard-Bewerbung abgeliefert, wie sie durch die Kanalisation von einem Lost Place gekrochen ist. Richtig krank. Oh, ein Stückchen. Das nehme ich immer mit für die ganzen Spinnen. Seine Knie tun schon richtig weh. Ich habe ein Ziel vor Augen, Leute. 48 Stunden Katakomben. Das ist es mir wert. Oh Leute, es wird immer schlimmer. Ja. Guckt mal, wie voll man hier schon ist. Und das mit den fetten, arschfetten Rucksäcken. Es wird noch schlimmer. Ich sage es euch. So wie es ist, unsere Oberleit-Sachen werden noch nass. Und wir können hier gar nicht pennen. Ach du Scheiße. Guckt euch mal an, wie Alex da vorne am Kriechen ist, ey. Bingo Bongo. Hallo. Der Opa. Hast du schon Kaffee gekocht, oder was? Nee, gleich. Ich mache für Taco auch noch einen Kaffee mit. Ich kriege Flashbacks, wenn ich euch hier so sitzen sehe. Wir wollen da einen Schweiß sehen. Kommt rein, kommt. Oh nein, Arm runter. Alter, mit der Mülltüte da, ey. Der schleift dir nur noch mit, ey. Okay, also wir nähern uns in einem Bereich, wo übelst laut Mucke ist. Ich glaube, hier wird irgendwo eine fette Party sein. Vielleicht joinen wir auch noch mal der Party später. Ich schwöre es dir, wir sind gerade an so Mädels vorbeigegangen. Die sahen wirklich aus, würden die vorm Club stehen irgendwie. Mit bauchfrei und allem, ne? Warum bist du nicht bauchfrei? Pass mal auf, wir sind erst noch ein paar Stunden hier drin. Die Specials kommen noch. Die Specials kommen noch. Das kommt einem bekannt vor, Freunde. Dieses riesige Gesicht hier. Hier wird es wieder eklig. Und hier ist es richtig nebelig. Was ist das denn? Also guck mal hier das Graffiti. Das kommt mir keineswegs bekannt vor. Kann sein, dass wir es verlaufen haben. Irgendwie erkennen wir die Passage hier nicht wieder. Guckt euch mal, wie tief das Wasser hier wird, ey. Kann ich mich wirklich überhaupt nicht dran erinnern. Aber zumindest rieche ich kein CS Gas. Es gibt ja tatsächlich Geschichten. Auch erst wieder zuletzt, dass hier Leute mit CS Gas angegriffen worden sind oder so. Dass die dann ausgeraubt worden sind. Richtig krank. Und letztes Mal, als wir hier waren, hatten wir auch den Geruch vernommen. Also da müssen wir echt aufpassen. Es ist soweit. Unser Wasser ist ausgegangen. Wir haben Durst. Tja, und da wir nicht das Wasser noch mit hier unten reinschleppen wollen, werden wir jetzt das Wasser hier filtern. Was willst du machen, ne? Jetzt bin ich gespannt, ob's klar rauskommt, ey. Schreibt's mal in die Kommentare, ob ihr das trinken würdet. Also normalerweise dauert das so keine zehn Sekunden. Dann kann man mal sehen, wie dreckig das Wasser ist. Ist komplett klar. Glas, klar. Komplett clean. Kann man machen. Ist zwar ein unwohles Gefühl, so, ne? Aber kann man machen. Geschmacklich einfach neutral. Neutral halt, ne? Leute, ey. Aber wir haben keine Wahl. Jetzt sind wir offiziell eins mit den Katakomben. Eigentlich ist das noch schlimmer als eine Taufe, ne? Jetzt müsstest du nur einen Namen kriegen. Eigentlich müsste ich jetzt einen Nickname kriegen. Taku hat das eben auch gesagt. Hier diese Wände, die wir hier sehen. Guckt euch das mal an. Die haben sich mit Spitzhacken hier durchgebuddelt, Leute. Richtig geisteskrank. Wenn jetzt einer wegrutscht, dass ich den Fuß bricht, dann wird es echt rutschig hier. Ja, und dementsprechend ist der Boden halt auch übelst uneben. Also es stammt ja wirklich aus dem 17. Jahrhundert, wurde das hier damals als Minenschächte erstmals gebaut. Dann später wurde es zusammen noch mit der Kanalisation verbunden. Und irgendwann haben sie dann halt die ganzen Millionen Toten hier reingeschmissen. Alle Leute, wir haben gar keinen Plan, wo wir langlaufen. Robin ist der einzige, der Navigator, der uns hier grad irgendwie durchloßt. Und ich erkenne hier halt auch nichts wieder. Ne. Ich war mir halt auch so sicher, dass ich alleine so mit der Karte voll klarkomme. Aber jetzt ist schon wieder so der Punkt gekommen, wo ich mir denke, auf gar keinen Fall. Also ich verlasse mich schon wieder so komplett auf Robin. Jetzt kommt hier wieder eine super enge Passage mit Wasser. Kleiner Tipp, die Ketterfalls haben gesagt, immer wieder eine Krabbe laufen. Also ungefähr so. Ganz ehrlich, weißt du, was ich echt vermute? Die schicken die ganzen Football-Spieler für die Vorbereitung hier rein, ne? Ist wirklich so. Huh, huh, huh. Wie lange wissen wir noch? Keinen Plan. Wir wissen alle nicht, wo wir sind. Das weiß keiner. Wie lange noch? Wie lange noch? Sind wir schon da? Sind wir schon da? Ich hab Hunger. Für meine Chicken Nuggets mit Pommes und Ketchup. Ich will das Happy Meal. Robin, was ist los da vorne? Weißt du, wo wir sind? Das ist, wo wir sind. Das ist die Etage mal probieren, oder sollen wir erst mal... Was hat ihr gesagt? Sollen wir jetzt mal vielleicht die untere Etage probieren, oder nochmal weiter gucken? Ich bin jetzt bei Lager und Strahlen. Alter. Mir tun die Schulen dann auch schon wieder weh. Es ist langsam, aber sicher würde ich gerne einmal ins Ziel einkommen, ne? Ja, das ist ja schon geil. Ja, also es wird nur noch enger, feuchter und noch dreckiger. Muss man natürlich auch verstehen. Es gibt Leute, die hier ein bisschen größer und schwerer sind. Denen geht es deutlich schlechter. Aber man muss natürlich jetzt hier als Gruppe denken. Und es ist wirklich nicht leicht, Entscheidungen zu treffen. Läuft alles nicht ganz wie geplant. Stimmung, oder was? Leute, ich will Motivation. Was ist hier los? Leute, Stimmung! Ja! Und der Recht? Eigentlich musst du dann in dem Moment so eine Grille machen. Wir brauchen gar keine Angst vor anderen Menschen. Wir töten uns innerhalb der Gruppe, glaube ich. Leute, willkommen beim Adventure-Doc-Takeover. Ich übernehme jetzt den Kanal von LeonTV. Ihr solltet auf jeden Fall ein Abo dalassen und eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Die Motivation der Gruppe lässt einmählich nach. Aber wir müssen die irgendwie aufrechterhalten. Wie sieht das aus mit der Stimmung? Kommt die Grille wieder. Ja, die Grille kommt schon wieder. Der Leon wollte, dass ich dem richtig goldenen Content biete. Leute, jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Ihr versauten Schweine, das gibt es nicht. Das gibt es nur auf Onlyfans, oder? Wenn ihr dranbleibt. Ganz zum Schluss des Videos. Schnell, ey. Junge, wenn du da so im Dunkeln stehst und so grinst, das ist schon ein bisschen creepy, ey. Alter! Hey Leute! Mario! 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 Leute, die Stimmung, ne? Hört sich nicht schlimmer rein. Und dann läuft der Vogel hier hinter mir lang. Hey! Ich weiß nicht, je schlimmer die Stimmung der Gruppe ist, desto mehr dreh ich auf, ne? Ich weiß auch nicht. Ich glaub schon, ne? Ich glaub schon. So sehr wir jetzt noch lachten, die Situation wurde schlagartig ernst, als wir realisierten, dass wir gerade wirklich nicht wussten, wo wir waren. Und da vorne scheint es gerade Unstimmigkeiten zu geben, ob die hier richtig sind. Und jetzt gerade lachen wir noch. Ja. Aber es ist nicht gerade ungefährlich, ne? Ja. Wir haben gerade keinen Plan mehr, wo wir hinlaufen. Junge, Junge, Junge. Ach du Scheiße. Der Hubi, ey. Ey, ich kann mir nicht vorstellen, wie ätzend das sein muss. Ich glaub, du konntest dich bisher nicht einmal gerade hinstellen hier, ey. Also langsam sollte er mal den Weg finden, ansonsten rast ich gleich aus. Die Lage ist eigentlich relativ ernst. Ich mein's wirklich ernst. Wir lachen die ganze Zeit, aber wir laufen jetzt schon relativ lange ohne Plan hier rum. Das ist schon nicht gut. Also ich würd mal, dass wir vielleicht jetzt einmal auch gucken, dass wir safe wissen, wo wir gerade sind. Ja. Ja, die wissen doch, wo wir sind. Kann ich? Ja. Kann er zu 100 Prozent sagen? Ich wollt grad sagen, ey. Ja, ihr habt ihr gesagt, das ist nur ein klein weiter Weg. Und jetzt cool, die machen eigentlich schon seit Stunden rum. Sieht aus wie ne Wendeltreppe in die Hölle. Leute. Scheiße. Okay, unten soll ne Gesackgasse jetzt sein. Ei, ei, ei. Soviel zum Thema, er weiß wohl jetzt. Also, ey, mittlerweile. Ich hab aber auch keinen Bock mehr jetzt gerade. Im Moment. Würde jetzt ich gern mal, äh. Also entweder er hat einen Plan, oder er soll zu sehen, dass er keinen Plan hat. Wissen nicht, wo es da weiter geht, hat Stefan gerade entgegen. Ey, das ist doch, das können wir nicht bringen, ey. Mit den Rucksäcken auch noch hier rumgeistern. Das macht, das bringt nichts. Wir hätten einfach auch an der Stelle, wo wir schon einen Weg lang gegangen sind, den wir nicht kennen, hätten wir sagen müssen, nee. Hallo? 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 Du? Oh Mann, ey. Robin, du musst uns klare Ansagen geben. Ich mein's ernst. Die, die, die Stimmung kippt langsam. Hallo? Du hast keinen Plan mehr, wo wir sind. Kann das sein? Doch. Wir gehen Richtung Knochenproben. Aber wir sind jetzt schon auf der untersten Seite. Ich bin gerade runtergegangen. Du willst dich doch so verarschen. Ja, sollen die Leute jetzt runterkommen oder nicht? Ja, wir kommen, glaube ich, also der Weg hier unten ist ähnlich wie der da oben. Genauso niedrig. Aber was machen wir jetzt hier gerade? Ja, pass auf, ich geh mal, ich komm mal wieder zu euch. Okay. Auf einmal kommt der aus dem Loch gekrochen, ey. Robin, ne? Ja, der ist hier. Der ist in dem Loch drin. In dem Loch. Der kommt jetzt wieder hoch. Also auf gut Glück irgendwo hinlaufen, auf gar keinen Fall mehr. Da kommt er. Ist bewusst, dass die Stimmung angespannt ist? Die Leute haben Angst, dass du gar nicht weißt, wo es lang geht. Wollten wir nicht als erstes eigentlich zu dem Rondell? Zu einem runden Raum da? Habt ihr das gesehen? Wir sind dran vorbeigelaufen. Erzähl keinen. Wir wollten zuerst zu diesem Sch**en Platz, wo wir uns hier hinlaufen haben. Wir sind dran vorbeigelaufen. Das war kurz hinter dem Gesicht. Wow, also können wir die ganze Sch**en wieder zurücklaufen. Nein, warum? Okay. Die Frage ist jetzt, wo kann man hier die Rucksäcke ablegen, chillen, entspannen. Das müssen wir jetzt gucken. Dann pack die Karte aus und guck. Hier sind ja nirgendwo Räume. Lass doch mal einen Raum anpeilen, den Großen. Also wir können ja jetzt nicht stundenlang hier rumgeistern und der Boden ist halt voll nass, ne? Ja, das ist mir auch klar. Dann gehen wir zu diesem Platz f**en Rundell und dann kann man erstmal suchen. Ich wollt grad sagen, weil das ist hundertprozentig wenigstens. Dann lass uns dahin halt zurücklaufen. Mega ätzend. Wenn da nicht schon Leute sind. Ja, ja. Dann lass uns dahin zurück, weil das ist safe. Es bringt jetzt nichts hier rum zu geistern und irgendwas zu suchen die ganze Zeit. Auch wenn es ein Rückweg ist und unnötig, aber es ist noch unnötiger, noch weiter zu suchen und nichts zu finden. Ja. Und so mussten wir basically den ganzen Weg, den ihr in der ersten Folge gesehen habt, zurücklaufen. Aber wir haben es geschafft. So Freunde, ganzen Weg nochmal zurückgelatscht. Aber wir sind da. Oh, geil. Komm mal her. Oh. Alter. Was ist das denn, ey? Also sieht nicht schlecht aus, wa? Geil, ich glaub. Wir haben einen Platz gefunden, endlich, ey. Der sogenannte Lantern Room ist so zu unserem HQ geworden. Doch die Nacht sollte für mich und zwei andere noch nicht vorbei sein, da euch jetzt die erste Expedition erwartet. So Freunde, Energie nochmal richtig vollgetankt und jetzt heißt es Tschüss sagen. Denn wir werden jetzt nur noch zu dritt losziehen. Wir werden jetzt losziehen mit dem guten Alex und Adventure Dog. Jetzt wird's richtig abenteuerlich. Tschüss. Tschüss. Alright, let's go. Taco hat uns sein Handy mitgegeben mit der Karte drauf. Das erste, was wir jetzt machen, ist erstmal im Browserverlauf checken. So Freunde, da ist der Lantern Room und wir werden jetzt erstmal hier runter laufen. Dann wollen wir hier Richtung Oysters Room. Jerry und Nadine, die sind extra einen Ticken weiter weggegangen. Wer weiß warum, wa? Wer weiß warum? Guckt euch mal das Graffiti hier an, ey. Komplett geisteskrank. Das Ding ist, wenn das so verwinkelt ist und so, man weiß auch nie, was erwartet einen, wenn man jetzt um die nächste Ecke kommt, ey. Okay, wir stehen schon an der ersten Kreuzung, haben uns jetzt beraten. Also es ist wirklich nie leicht, hier Entscheidungen zu treffen. Eigentlich geht es hier wirklich nur ein paar Meter weiter zum Oysters Room. Aber ihr seht, der Eingang wurde zugemacht. Was bedeutet, dass wir jetzt den langen Weg außen rum gehen müssen, wo wir gar nicht wissen, ob wir da überhaupt lang kommen. Und auf der Karte steht Crawl. Also vielleicht müssen wir da irgendwo durchkriechen. Aber, let's go. Ich kann meinen Namen tanzen. Wirklich? Willst du sehen? Ja. Hier gönnt sich auf jeden Fall jemand. Ja. You smell it. Ich glaub, die gönnen sich hier alle, ey. Guck mal, er rennt hier richtig. Man könnte jetzt böse sein und sagen, wir sind jetzt den Ballast losgeworden. Und jetzt können wir los. Und damit war nur der Rucksack mit gemeint, der große, schwere. Alter, ich hab gerade eine Ratte gesehen. Geh mal vor. Geh mal vor. Geh damit du die Ratte auf Kamera hast. Mann, ey. Spring nicht gleich an. Die ist genau da reingehüpft. Du willst dich verarschen, da müssen wir langkriechen. Ich schwöre, die ist genau da reingehüpft. Musst du mir das jetzt sagen, oder was? Also das ist halt, was passen wir zum Totschlagkriterium gerade, ne? Er meint einfach, da wo wir jetzt langkriegen müssen, ist eine Ratte lang. Ach komm. Was soll's. Boah. 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 Oh, hier war jemand gerade. Echt jetzt? Ne, da ist er. Da war keiner. Da ist der Schwanz. Ah ja. Hier sitzt genau unter da. Da, guck mal. Ja, ja. Oh. 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 Das ist aber keine Ratte, oder? Das ist eine Maus, oder? Ja, ich glaube auch. Oder eine kleine Ratte. Oder eine große Maus. Was ist das hier? Boah. So tief sind wir jetzt gerade gar nicht, ne? Wir sind bis Paris. Aber hier ist krank. Hey. Hallo. Hörst du die Leute da oben langlaufen? Ja. Also ich gehe davon aus, das war entweder für Sauerstoff, also sowas wie ein Wetterschacht. Mhm. Oder die haben hier das Gestein nach oben. Ursprünglich waren die Katakommen ja für den Abbau von Kalksandstein gedacht. Wie ein Radio klingt das, ne? Ja. Du musst doch mal so Kinder lachen. Die irren voll ab, die Franzosenen da oben. Hey. Ein Altar aus CDs. Wie krass ist das denn, hä? Geil. Welche DVD-Sammlung? Ach, CD-Sammlung. Komplett geist, guck mal. Sogar mit so einem selbstgebauten Regal da drinnen und so. Alter, das ist echt schon mit Liebe gemacht. Irgendwie sind die richtige Künstler hier unten. Ja, auf jeden. So, als wenn die sich so hier kreativ ausleben können. Ja. Das sieht auch geil aus, ne? Mal mit den Händen Hand abdrücken und so. Ja, Leute, wir waren gar nicht im Äußerst-Room. Das war einfach nur ein kleiner Raum, der direkt danach war. Da in die Richtung geht's in den Äußerst-Room. Was? Ja, ja. Hä? Ja, ja. Das ist schon riesig, Alter. Ja, ja. Let's go. Mal schauen, ne? Ach. Also, hier ist so eine Leiter. Es könnte hier womöglich der Zugang zum Äußerst-Room sein. So abgenutzt, wie das ist. Naja, steht auch Crawl. Ich glaub, wir sind richtig. Dann geh ich mal als Erster. Ja. Pass auf die Radhaar. Ach. Ah. 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 Ja, also hier geht's bestimmt irgendwie weiter. Ihr könnt ruhig nachkommen. Hä? Der Raum ist ja nochmal viel größer. Ja, ja. Ich glaub, das wird jetzt hier nochmal eine kleine Erkundung werden. Die sind überall Austern. Hä? Warum sind hier denn überall Austern? Guck mal. Also, entweder hat die hier jemand gesnackt oder die sind schon seit ganz langer Zeit hier. Es gibt keine vergleichbare Lost-Pace-Erkundung. Es wird halt nie langweilig so, ne? Und jedes Mal wirst du aufs Neue überrascht. Ja. Ja, jetzt wissen wir auch, warum der Raum hier so heißt. Ich hab gehört, wenn man eine Mischel reinhört, hört was mehr. Oh, ne, da kommt Durchfall, wenn ich jetzt fuchze. Ich hab tatsächlich, das ist jetzt kein Spaß. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Diskussionen in der Katakom-Gruppe gehabt, wie wir das AA-Problem lösen, falls man hier unten AA muss. Auf jeden Fall hatte ich halt gehofft, dass ich hier nicht muss und hab halt nochmal alles schon rausgepresst. Ja, was ist? Ich krieg genau an dem Tag, wo wir reingehen, richtig schön Durchfall. Und ich merke bei jedem Furz, dass der sehr riskant ist. Aber no risk, no fun. Dann schauen wir nochmal. Boah, das Graffiti hier ist auch wieder ein bisschen gruselig. Ich glaub, hier müssen wir wieder ein bisschen crawlen. Okay, das ist das erste Mal, dass ich mich richtig hinlegen muss. Endlich bin ich mal hinter euch, krieg ich ein paar Ärsche auf Kamera. Oh nein. Damit deine Aufnahmen mal ein bisschen aufgewertet werden. Ganz genau. Boah, das ist jetzt nochmal krass. Das ist so eng hier, ne? Soll ich deine Kamera irgendwie nehmen und dir den angeheben? Aber ich muss ja auch durch, ne? Boah, Leute, was wir hier machen, ey. Ich hoffe, euch gefällt's. Falls ihr an dieser Stelle noch keinen Daumen nach oben da gelassen habt, dann wird's jetzt aber ordentlich Zeit euch das machen, ey. Alter. Nix für Leute mit Klaustrophobie. Ich sag's euch so, wie es ist. Also, da passt man überhaupt gerade noch durch, ey. Okay. Falls die Kameraführung jetzt nicht die beste ist, ich hoffe, es sei mir verziehen. Ich pass hier gerade so durch. Guckt euch das mal an, wie der Leon sich für euch Fans und für euch treue Zuschauer hier durchquetscht. Das kann ich direkt für Stuntnell nehmen, ey. Junge, Junge. Ich hoffe, der Scheißraum lohnt sich. Ja, wird sich lohnen. Aber es ist der Härtetest für die guten Katakomben-T-Shirts. Es wird kein Merchandise verschickt, sondern nur was wirklich auch erprobt und getestet ist. Und sieht wieder aus wie neu, ne? Alter, da hängt eine Schaukel. Laberkrein. Hä? Okay. Was zum... Ey, ich hätte überall sowas erwartet, aber hier bestimmt nicht. Hä? Gar nicht so weit. Ja, dann setze ich mich mal drauf. Alter, ey, ist das geil. Juhu. Juhu. Warte mal. Ey, wartet mal. Das ist das Hotel. Hier, glaube ich, kann das sein. Hier steht nämlich Hotel. Hier sind so gesichert, ne? Der Doc sagte gerade, dass es hier auf normalem Wege weitergeht. Auch wieder krankes Graffiti. Da ist Tauli. Tauli! Ey! So krank. Und Chef! Chef ist auch hier! Wie geil ist das denn? Der soll mal Essen austeilen, ey. Also jetzt habe ich auch ein bisschen die Übersicht verloren, wo wir uns gerade befinden wieder. Da. Was ist das denn hier? Hä? Noch mehr ausdrangen. Hier sind so Armeefiguren. What the hell? Aber richtig viele. Ey, ich habe so viele Fragen, was die hier unten reinschleppen, ne? Daneben noch mehr ausdrangen. Ich check's echt nicht. Die Katakommen ist gar kein Massengrab, sondern das ist eine reinste Kunstgalerie. Ich würde nochmal einen normalen Weg versuchen. Das wäre Option 3. Und alternativ müssen wir dann den Weg nochmal zurücknehmen, den wir gekommen sind. Würden wir irgendwie uns verlaufen und nicht mehr rauskommen. Also dass wir hier gefunden werden von den anderen, können wir so knicken, ne? Das wäre impossible. Impossible, weil es hier so verwinkelt ist. Also wird auch Videos nicht ansatzweise so rüberkommen, ne? Also man sieht halt nur die Gänge und die Höhlen. Aber auch diese Entfernungen teilweise. Ja, die Strecke, die du zurücklegst. Also ja. Uncut-Version gibt's für Kanalmitglieder. Die werden's vielleicht ein bisschen nachvollziehen können. Ich bin immer in der Hoffnung, wenn wir so einen plattgetretenen Weg durchlaufen, dass wir dann den normalen Weg rausgehen. Ja. Ja, wir laufen uns kreis. Das heißt, wir müssen rechts lang, ne? Rechts ist, glaub ich, auch Sackgasse. Aber wir können gerne nochmal abschicken. Rechts war Safiesackgasse. Glaub ich. Oder? Waren wir da schon? Ich will mich nicht vertun. Also bevor ich was Falsches sage. Obwohl, ne. An den dünnen Spalt hier kann ich mich nicht erinnern. Ey. Richtig geil. Ja, man. Wir sind wieder am Anfang. Wir haben 4.12 Uhr. Wir werden jetzt auch zurück zum HQ gehen, um dann vielleicht noch ein bisschen Sleep zu bekommen. Um dann, nachdem wir uns ausgeruht haben, Powernap gemacht haben, weiter zu erforschen. Also richtig ausruhen werden wir uns hier sowieso nicht können. Aber jetzt erstmal wieder ab durch die engen Tunnel hier. Noch haben wir gelacht, doch auf dem Rückweg zu unserem HQ passierte uns etwas ziemlich gruseliges. Der Geruch, muss ich zugeben, gefällt mir nicht. Das riecht nämlich nach diesem CS Gas. Ich schätze mal, es werden andere Kettenfalls sein. Aber normalerweise haben die mal Musik an. Also es ist wirklich weird. Wir sind den Stimmen entgegen gelaufen und auf einmal waren sie weg. Keine Ahnung. Wir sind jetzt zurück im Hauptquartier. Willkommen in der Bärenhöhle. Das klingt, als würden hier Bären schlafen. Kein Sitz. Scheiße. Okay. Hilf mir. Ich kann nicht schlafen, Alter. Die machen wetschneuchen. Ich kann nicht schlafen. Ich kann nicht schlafen. Die machen wetschneuchen. Alter. Freunde, mal ein kleines Katakombenfuß-Update. Uiuiui. Oh, ich sehe jetzt schon. Ich sehe jetzt schon. Das wird bitter. Uiuiui. Boah. Das sind Katakombenfüße. Alter. Ach du heilige Scheiße, ey. Oh je. Wir richten uns jetzt gerade hier ein, weil drüben die Bärenhöhle. Das ist wirklich nicht zumutbar. Wir haben uns halt hier echt einfach in so eine Sackgasse in so einen Gang gelegt. Alex und ich schlafen Füße an Füße und wir Kopf an Kopf. Okay. Weil ich dachte mir, das ist besser, wenn wir nachts mal einen Zungenkuss machen wollen. Oh man, Freunde ey. Wir haben jetzt knapp 5 Uhr. Freunde, ich hoffe euch gefällt es. Bis gleich. Wir sind ein wunderschönen Katakombenmorgen. Ich fühle mich genauso, wie ich wahrscheinlich auch aussehe. Wir haben jetzt 10.20 Uhr. 5 Stunden Schlaf. Ungefähr. Geht irgendwie. Alles geht irgendwie. Wir machen jetzt erstmal Stimmung. Wir machen Stimmung. So sieht das aus. Die Jungs packen gerade zusammen. Und ich werde mich jetzt schon mal nach drüben begeben. Gucken wir mal, wo die anderen sind. Wir haben uns halt echt auf so die Räume gesplittet, die hier so in diesem Gang sind. Das ist wie so Hotelzimmer oder so. So und hier ist die Bärenhöhle. Die Bärenhöhle. Sehr gut, ja. Hier sitzen sie alle, ey. Wie geht es euch? Alles gut? Habt ihr gut geschlafen? Ja. Der erste muss kacken, oder was? Ja. Es wird auch gleich ein schöner Brunnen. Ich will jetzt auf jeden Fall wissen, wie das ist, wenn du abkneipst, einen Moment wartest. Platsch. Als du gerade diesen Wasser-Poseiron hast. Diesen Kuss des Wassers. Guck mal, Leute. Wer gerade gekommen ist. Du hast auch lange gepennt, Junge. Wir haben ja auch viel gekuschelt zuerst. Wir haben jetzt in den Schlaf gekuschelt eigentlich. Ich mag das, dieses türkische, österreichische. Ey, wir müssen die erste Operation durchführen. Erkan hat hier eine Scheuerstelle. Alex, was macht man? Ja, am besten wahrscheinlich einfach amputieren, ne? Ja, würde ich auch sagen. Ja, schneid einfach ab. Also tatsächlich, Leute, falls echt irgendwas krass passieren sollte, Alex als angehender Chirurg hier, der regelt das. Wie du so, wie so ein Medic, der mitgekommen ist, hier so direkt am Rucksack Erste-Hilfe-Set. So muss das sein. Mit natürlich ein paar Haare nach dem Arm reißen. Du machst das so schön behutsam, Alex. Also Leute, wir werden es jetzt so machen. Wir werden uns wieder splitten. Hä, da war übelst der Schrei. Lass mal checken. Ja? Ja? Ich brauch deine Hilfe! Irgendwas stimmt mit Hasi nicht! Irgendwas stimmt mit Hasi nicht! Du bist doch komplett verarscht! Kannst du mir helfen? Irgendwas stimmt mit Hasi nicht! Du bist doch nicht mit anget... Und was bist denn jetzt so? Junge, Junge! Irgendwas stimmt mit Hasi nicht! Hasi! Ich glaub, er wurde in letzter Zeit so wenig gefüttert. Willst du nicht mal ein bisschen? Er steht auf Karotten. War das Kacken eine Ausrede oder würde ich kacken müssen? Das bleibt mein Geheimnis. Gehst du so auf Expedition oder was? Ich dachte, ich mach dir jetzt eine Freude. Junge, wenn du so auf die Expedition gehst, dann Respekt, Alter. Vor allen Dingen, ich freu mich auch schon auf die ersten Kette, falls die anderen zu kommen. Ja, als wär das hier was Besonderes. Also, ich hab ja gesagt, was in den Katakomben passiert, das bleibt doch in den Katakomben. 27 Kameras! Was in den Katakomben passiert, bleibt in den Katakomben! Und landet nur auf YouTube. Hunderttausende werden's sehen, ey! Willkommen auf YouTube Deutschland! Das ist Gold-Content! Ich hab dir gesagt, ich werd dein Content aufwerten. Wirklich, hier kriegt man Bauchschmerzen vor Lachen. Also, es powered fast noch mehr aus, als die ganzen Gänge hier. Aber, es geht jetzt los, wir sind zu sechs und wir werden jetzt richtig, richtig fett erkunden. Der König der Unterwelten ist Kartenleser, deswegen, es kann nicht schiefgehen, außer dass wir sterben. Aber ansonsten kann nicht schiefgehen. Es beginnt wieder, es beginnt wieder, ich liebe es! So, hier ist das Gesicht. Da sind wir gestern. Jetzt müssen wir, glaub ich, hier, ne? Jerry als Tourguide war unsere Mission in den nördlichen, verbotenen Teil der Katakomben zu gelangen. Okay, hier soll noch ein Schmetterlingsraum sein. Leute, das ist übelst heavy. Das ist zwar schon ein bisschen beschädigt, leider. Aber dieses Mosaik, was die hier angeordnet haben, diese Steine, die haben halt wirklich so diese Katakomben nachgebildet, ne? Ihr seht hier die Knochen. Das sind echt genauso geformte Steine. Übelst krass. Schmetterlingsflügel? Deswegen wahrscheinlich Schmetterling. Hat leider einer kaputt gemacht, ne? Ja, hat leider einer kaputt gemacht. Ich war letztens tatsächlich im Museum bei so einer Schmetterlingsausstellung. Ja? Da hab ich tatsächlich gelesen, dass der Schmetterling für beides genutzt wird. So für den Tod, für Himmel und Hölle und keine Ahnung was. Also der wurde damals für so gut wie alles benutzt. Das macht vielleicht Sinn mit den Katakomben. Wann hat einer? Wann schritt? Ja. Ja, da kommt wer. Ohne Muckel. Ja. Ohjo. Ohjo. Die räumen uns gleich aus. Die werden Hasi finden. Wir kommen jetzt irgendwo hin, was, glaube ich, komplett unter Wasser steht. Da geht rechts den Gang weg. Dabei gehen wir an den Brunnen vorbei und dann wird es wieder ein bisschen enger. Also es wird, glaube ich, jetzt dann lustig werden. Ja. Guck mal hoch. Boah. Alter. Das sind echt locker 40 Meter. 30, 40 Meter. Ja. Sonne scheint. Oh, jetzt wird es auf jeden Fall feucht. Guckt euch das an, ey. Das ist ein richtiges Püffeln, was er hier. Boah. Oh, was püffelt. Richtig, ey. Das würde ich nicht mehr filtern. Ne. Ich glaube, hier haben sie reingepinkelt oder so. Richtig widerlich. Der Geruch, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Komplett clean. Okay, also hier wird es richtig lang, sagt Jerry. Ja. Wie lang? Geradeaus. Na ja, das ist schon ein Stück verletzter. Und dann sind wir im Slot Room und Dinosaurierraum. Ja, Mann, hilft denen nichts, oder? Gehen wir es an? Aber sowas ist immer gruselig. Die fetten Felsen, die hier liegen, stammen alle aus der Decke. Guckt euch das hier mal an. Das ist übelst gruselig. Richtig schlimm. Ah, boah, hier sieht es schon wieder auch mega geil aus. Boah. Damit hätte ich ja nicht geregnet. Das ist jetzt richtig schlimm. Was ist das? Ja, kommst du. Bist noch ein bisschen zu jung für. Genau, guck da nicht hin. Ich guck nicht hier hin. Weiß gar nicht, was das ist, ne? Ne, ich weiß nicht, was das ist. Der Raum hier hieß Slot Room. Weiß nicht jemand, was das heißt? Slot? Slot Room? Und jetzt gehen wir davor zum Dinosaurierraum. Könntest du ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was Slot Room heißt. Wir würden ja übersetzen, aber hier ist kein Internet. Da wird es richtig schön eng, oder was? Ja, da wird es, glaub ich, richtig schön eng. Geil. Du darfst jetzt vorgehen, komm. Ich darf vorgehen. Ja. Ein anderer Arsch fürs Video. Anderer Arsch fürs Video, ja. Das geht jetzt direkt nach hinten und das ist jetzt in den Saulraum. Ein Stück hier noch, glaub ich. Doggy Dog. Doggy Dog. Am Stüssel. Immer der Nase nach. Aber es liegt nur an den Blähungen. Ich hab da rausgefunden, warum der Slot Room heißt. Echt? Warum? Ein riesengroßes Graffiti. Slot wird das geschrieben. Und das Graffiti ist schon über 10 Jahre alt. Was heißt denn Slot? Schreibt's gerne in die Kommentare, wenn ihr französisch mächtig seid. Wir würden's auch gerne wissen. Okay, wir kriechen jetzt da vorne durch und checken einfach mal, was da ist, oder? Es stimmt mit dem Plan nicht ganz überein, aber das ist ja wurscht. Jetzt wird das Klausel vor mich. Hier liegt einfach eine Schubkarst. Sieht aus, als hätten die hier die ganzen fetten Brocken rausgeholt, dass man hier durchkriechen kann, um wahrscheinlich durch irgendeine Passage abzukürzen. Eigentlich musst du permanent das Video mit Dauerwerbesendungen oder Produktplatzierungen betiteln. So viele Ärsche, wie du hier siehst, ne? Gut, ich scat, da kommt ein T-Shirt an. Boah, der Schweiß kommt mir wieder schon in den Stirn runter, seht ihr's? Manchmal fühlt man sich, als würde man das zweite Mal aus seiner Mutter schnupfen. Wenn Berghain Glück hat, kommt er größer wieder hier raus. Hier tropft das durchgehend runter, sodass sich das hier richtig in den Boden reinfrisst. Hast du schon auf den Penis getreten? Arsch! Nein! Nein! Ich muss ihn wieder heile machen! Nein! Stück von der Eichel ist ab! Aber ganz im Ernst? Lass das Alex machen, der ist Chirurg. Er hat ihn gerade gebrochen! Er hat ihn gerade gebrochen! Das ist so die einzige Zeit im Jahr, wo ich mich gut fühlen kann, wegen meiner Größe. Okay, Jerry hat sich tatsächlich doch geirrt. Wir sind gar nicht am Dinosaurierraum entlang. Wir laufen jetzt Richtung Dinosaurierraum. Das heißt, vielleicht könnte er doch ganz cool werden. Man muss wirklich aufpassen, in der Karte sind Gänge einverzeichnet. Die sind ganz leicht nur ausschadiert. Und ich wusste nicht, dass das Gänge sind. Jetzt wissen wir's! Jetzt wissen wir's! Wir sind jetzt in dem richtigen Dinosaurierraum angekommen. Das ist schon wieder ein richtiges Kunstwerk hier. Geil, ey! Boah, mit den Laternen, ne? Heavy! Jetzt wissen wir auch, warum es Dinosaurierraum heißt. Wir haben hier so einen kleinen Freund, der hier wohnt. Wir haben hier eine ganze Stadt gebaut. Eine Dinosaurierstadt? Was zum Teufel? Leute, das ist so crazy. Überall Dinosaurier hier. Überall an die Wand reingemacht worden. Geil, ey! Da ist immer gut zu laufen! Diese ganzen Details, das Konzertkreis. Hier ist sogar eine Fratze. Ich weiß noch nicht, was das hier darstellen soll. Hier einfach das Wäsche runter. Da sind auch noch Dinosaurier und Sachen in die Wand reingemacht worden. Hier wieder ein Mosaik. Ich finde, das linke sieht aus wie so ein Helm mit Lampe. Das rechte. Ja, ja. Vielleicht eine Laterne. Meint ihr, dass wir übernehmen uns, wenn wir versuchen in den nördlichen Teil zu gehen? Wir kommen der ganzen Sache schon relativ nah. Das wirkt so, wie wenn das ein eigener Bereich ist. Du hast nämlich, hier ist abgekappt, hier ist abgekappt, hier ist abgekappt. Du kommst nicht hin! Wir haben nicht die aktuelle Karte. Ja. Wenn du dich daran erinnerst. Der andere Ketterfeier hatte gestern eine, die von vor zwei Jahren war und die sah schon deutlich anders aus. Genau. Aber ich würde sagen, schauen wir es uns einfach mal an. Also theoretisch kommt man ja hin. Die haben es ja nur abgeraten. Vielleicht eh genau wegen dem. Weil man selber nicht weiß, wie man wo reinkommt. Das ist sowas, das zu risky ist. Also alle, die wir bisher getroffen haben, die sich hier ein bisschen auskennen, haben uns wirklich gebeten, das nicht zu machen. Das ist in Ordnung. Wir sind hier. Wir müssen es so. Also der Weg wäre brutal. So, es geht weiter, meine lieben Freunde. Okay, jetzt heißt es wieder kriechen. Okay, also der Plan stimmt nicht, aber wir ziehen trotzdem durch. Wir probieren es. Ist nicht eingezeichnet. Okay, ist nicht eingezeichnet, wo wir jetzt lang gehen. Schauen wir einfach mal. Das ist ja schon wieder mit diesem Abenteuer verbunden. Und das du wirklich erforschen musst. Ja. Und das ist ja dieses Lost Place hierher. Ich schaue mal ganz kurz in die eine Richtung. Okay. Aber es ist ja auch genau das, was wir wollten, Leute. Wir wollten unerforschte Bereiche erkunden. Also unerforscht ist es jetzt nicht, aber es ist nicht auf den Karten. Und damit weißt du halt nicht, was kommt. Und das macht es halt noch viel spannender, ne? Genau. Du kriegst jetzt durch, du hast vielleicht ein Ziel, aber was auf dem Weg zu diesem Ziel alles noch kommt und was wir vielleicht entdecken, wir werden sehen. Ich habe keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist. Ist das vergleichbar mit der Höhe von hier oder wird es noch schlimmer? Es wird schlimmer. Das Blöde ist, es steht rechts ein richtig schöner, spitzer Stern aus der Wand, wo du rüber musst. Boah Leute, jetzt wird es richtig crazy. Stell dir mal vor, wir hätten Hubi mit und er wird da hinten ohnmächtig werden. Und wir müssten den hier rausholen. Problem. Wir gehen einfach wieder. Nein, Hubi, Liebe geht raus, falls du das siehst. Leck mich doch in den Arschloch. Jerry ist da hinten richtig am Leiden, ey. Ich wollte es nicht wissen wie beschissen mit der Knie wehtun. Nein, ich möchte nicht wissen. Beschissen! Leute, wenn ihr das seht, lasst mal gerne Liebe da für diesen Einsatz. Ich wollte es eng feucht und dreckig. Jetzt hast du es. Also allen tun die Knie weh. Ich bin richtig froh über meine Revolution Race Hose, wo ich die Knieschonen da drin reinpacken kann, die auch von Revolution Race sind. Extra dafür gemacht, für sowas hier. Das ist eine mega geile Entscheidung gewesen. Also hier, das sieht nicht so beruhigend aus. Hier sind so Totenköpfe und irgendwas mit Piraten. Hier sind so Grillen, Roste, einfach in der Wand drinnen. Mit CDs irgendwas. Mit CDs. Und hier, der Raum heißt halt Bomb Room. Guck mal hier, hier haben sie richtig Schutt irgendwie. Die haben hier versucht irgendwas auszubuddeln, fast schon so sieht das aus. Wir gehen jetzt zu dieser großen zu der Grypt. Also den Gang, den wir jetzt geeignet haben, sind mal 10. Aber schaffen wir auch. Ja, das ist ja nicht so viel. Ja, das ist ganz weird. Es wird gerade immer enger und immer wärmer. Und hier tropft es richtig. Boah. Ich glaube, wir sind nicht so weit entfernt von der Oberfläche. Kann das sein, dass die Straße sich mit dem Asphalt so aufgewärmt hat vielleicht. Nicht die Hitze. Ja, die Steine sind auch nicht kalt. Tatsächlich. Okay, hier ist eine Treppe. Die führt nach oben. Wir glauben auch, dass sie nach ganz oben geht. Ich glaube, Leute. Oh mein Gott. No joke. Das ist ein Eingang. Den habe ich schon ein paar Mal gesehen. Ohne Mist. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, dann ist das die Treppe, die auch die Kettefalls oft nutzen. Wo wir halt nicht wissen, wo es ist. Ich überlege halt echt einmal hoch zu gehen, damit man den Spot kennt. Eingezeichen. Das ist eine Fälle. Ja. Komm, dann gehen wir einmal checken, oder? Ja. Ey, jetzt könnte sein, dass wir einmal Sonnenlicht jetzt sehen. Ey, das wird cool. Die Himmelstreppe. Aber ich erkenne das so wieder aus den Videos. Oder es gibt noch so andere Treffen. Das kann auch sein. Leute, das glaubt ihr nicht. Das glaubt ihr nicht. Wir sind echt oben. Alter. Sonnenlicht. Sonnenlicht. Das ist es. Aber da kommst du ja noch nicht raus. Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist zugemacht. Kann das sein. Ey, mega geil. Ich hoffe, ich habe jetzt Internet. 4G. Lass mal Story machen. Alter, boah, das sind ja eklige Spinnen. Es ist super. Oh mein Gott. Alter, das sind ja Spinnnester. Ja, es ist schon wieder runter. Weil unten ist es echt schöner. Eigentlich ist es komisch, jetzt wieder tageslich zu sehen. Ja. Man freut sich, aber... Man hört auch die ganze Zeit tatsächlich die Leute hier überlaufen, ne? Wir ziehen aber durch. Wir machen die 48 Stunden voll. Let's fricken. Go. Ab in die Unterwelt, ey. Ja. 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 Nein. Aber Leon hat gefilmt, glaube ich, oder? Ja. Ich habe gefilmt. Ich schneide ich nicht weinen. Wirken wie eine Memme. Bitte. Ich erschrecke mich nicht. Ich bin cooler Mann. Aber ich bin auch so fiech. Boah, Alter, ey. Ich habe damit wirklich null gerechnet jetzt. Ich musste das Jahr aufholen. Ich habe gerade ein richtiges Liebesgeständnis von Berkan und von Leon bekommen. Ja. 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 Wir haben nämlich gesagt, dass wir wirklich mega überrascht sind, wie korrekt... Also nicht, dass... Was heißt überrascht, ne? Aber man kann ja vorher nie wissen, wie gut man vibet. Aber ich schwör es euch, schreib es doch gerne mal in die Kommentare. Aber der gute Adventure, Doggie, Dog, Dog, Mike. Mikey, Mike. Zigtausend Kosenamen. Aber vielleicht ist das jetzt auch mein Katakomben-Name, Doggie. Typ im Bohrat, der Doggie. Geil. Wir schwören es gerade mit einem Liebesgriff. Ich finde es einfach nur geil. Also wir haben uns hier untereinander getroffen. Und ich bin einfach nur dankbar, dass wir so eine geile Community hier sind. Safe. Und ich bin auch unheimlich dankbar, dass ich mit durfte, ehrlich. Ey, wirklich, schreib es mal in die Kommentare. Wenn wir auch nach dem Katakomben öfter mal zusammen losziehen sollen. Hier dringt es halt Drang-Rooms an. Uh, Drang. Die sind so crazy hier, ey. Stell dir mal vor, es war hier früher im Pool oder so. Im Pool, natürlich. Ja, komm. Das wärs doch. Ja, würde ich den zutrauen mittlerweile, den Kataphyles, dass die sich hier im Pool hinmachen oder so. Da liegt... Was ist das, ein Tanga? Geil. Ah, guck mal hier, wir laufen hier gerade lang. Oh. Das ist das untere Geschoss. Und... Das ist gruselig. Da werden wir tatsächlich gleich auch noch hinkommen. Oh Leute, es geht weiter und weiter hier. Ja, das ist so lange gegangen jetzt. Crazy. Jetzt sollte gleich diese Leiter kommen. Jerry hat die Leiter gefunden. Hast du den Rate für das zweite Stockwerk? Minus zwei, ja. Oh, ernsthaft? Jawohl. Das wird krass. Also das Niveau geht jetzt auf den Keller, oder was? Ja. Es bewegt sich das Ding. Es ist gruselig. Das Ding ist so ein bisschen locker irgendwie. Ja eben. Nur nicht abwunschen, ey. Das ist ein Arsch. Schott. Den will er haben. Produktplatzierung. Das gibt die Klicks. Mehr davon seht ihr auf Onlyfans. Guck mal Leute, wie hoch hier die Decke auf einmal ist. Also hier könnte Hubi wahrscheinlich als einziger Spot in den Katakom normal laufen. Da gehen wir jetzt runter und haben wir unten der Grypt. Oh, oh, das heißt Knochen, ne? Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich. Also da steht... Leute, ich glaube jetzt wird's lustig. Leute, jetzt wird's ernst. Der Tod herwartet uns. Alter, guck mal die Teelächter hier überall. Ja. Da krieg ich Flashbacks an letztes Mal. Ja. Wo wir plötzlich in der Entfernung diese Teelichter gesehen haben. Mitten in der Nacht, die da einfach nur gebrannt haben, random. Ach du, oh mein Gott. Kann einer von euch vorgehen, bitte? Da ist ne Kerze. Da steht echt ne Kerze da hinten, Leute. Ich kenn den Geruch. Das ist CS Gas. Also hier sieht's wieder schon so richtig höhlenartig aus. Aua! Mit so Gestalten in der Wand. Und... Ja, ich weiß nicht, ob die Decke hier davon gehalten wird, aber sicher sieht's nicht aus. Jetzt sind wir hier am Red Room. Vermutung ist gerade, dass das ne Toilette ist. Echt? Toilette? Der Red Room ist ein Klo. Echt jetzt? Ja, das riecht man's her. Überall Kacke, oder? Geh hin, es riecht extrem nach Scheiße. Ja, man zieht doch ein bisschen was. Ich riech gar nichts. Riecht's bei dir zu Hause immer so, oder was? Ja, die kacken da an die Seite. Oh mein Gott. Obwohl ich überlegen hab. Oh mein Gott. Ohhhh. Hier hin. Ohhhh. Was steht da? Irgendwas mit HIV steht da hinten. Irgendwas widerlich. Schnell wieder raus hier. Puh. Hier wird's wieder wässrig und das ist echt weird. Vielleicht haben die da so ne Badekugel reingeschmissen, aber stell mal vor, das ist echt hier das, wo die getauft werden. Kann sein, ne? Stell mal vor, mit dem Kopf reingetumpt. Hier ist der Taufmau uns, Junge. Die cataphyls. Machen uns rein. Die cataphyls ist echt so, ey. Die deutsche Community der Katakom, ey. Yo, Alter. Warte mal. Irgendwo hier war das doch auch mit den Kerzen, meine ich. Irgendwo hier. Es geht hier los, die ersten Knochen. Die ersten Knochen. Alex, was meinste, kann man sagen, was das für einer ist, oder? Das ist ein Femur, also Oberschenkelknochen. Das hier wäre dann der Kniepart. Das sieht man hier, so schwammartig. Heißt tatsächlich auch Spongiosa, der Bereich des Knochens. Die meisten stellen sich Knochen ja eigentlich eher hart, staubig und trocken vor. Aber tatsächlich ist das Innere eines Knochens fast schon eher weich und auch stark durchblutet. Denn im Inneren eines Knochens findet tatsächlich auch die Blutbildung des menschlichen Körpers statt. Also jegliches Blut, was der Körper hat, wird in den Knochen gebildet. Die Blutbildung findet in der Epiphyse statt. Das ist der untere Bereich und auch der oberen Bereich des Knochens. Also jetzt hier ab dem Bereich die Diaphyse, also der Schaft. Das ist der längliche Bereich, der hier jetzt gerade fehlt, der die beiden Enden des Knochens verbindet. Und hier findet Blutbildung statt, aber überwiegend eben in flachen Knochen, wie zum Beispiel in dem Becken. Eigentlich ganz eindrücklich, dass man da jetzt wirklich mal ins Innere schauen kann. Superspannende Infos hier. Ich bin gespannt, was wir noch gleich für Knochen alles finden werden, was uns Alex hier erzählen kann. So random, links, rechts, ey. Es geht die ganze Zeit jetzt nur noch gebückt voran. Jerry führt uns hier wirklich einfach mit Lichtgeschwindigkeit durch. Wer generell so Höhlen, Keller, Erkundung übelst abfeuert, kann gerne mal beim Jerry, Jerry's Lee vorbeischauen. Oh ja, hier geht's weißer. So, kommt immer mehr dazu. Ich muss echt sagen, ich finde das jetzt schon schockierend, dass hier einfach so Knochen rumliegt. Also irgendjemand wird hier rumgewühlt haben oder sowas, weil die werden das ja ordentlich irgendwo abgelegt haben. Da kommen immer mehr Knochen an den Seiten dazu. Das ist halt auch wieder, oh mein Gott. Guckt euch das mal an hier. Hier ist ein Teil von einem Schädelknochen. Also jetzt ist auch wieder so ein Punkt erreicht, Video hin oder her, aber das vermittelt einfach wehre Vibes zu realisieren, dass hier einfach mal, dass das ein Mensch gewesen ist. Ist hier wo wir sind? War das nicht, wo das Teelicht geleuchtet hat irgendwo hier? Hier stand das Teelicht, wir kamen von da letztes Jahr. Und hier das Teelicht hat geleuchtet. Und da war doch jetzt so komisch gerochen. Dieser CS-Gasgeruch. Und an den Wänden waren mit Lehm diese ganzen Gesichter und so, weißt du das noch? Ei, ei, ei. Oh mein Gott. Zig Menschen, die hier liegen. Komplett krank, oder? Ja. Es ist halt einfach nur, weil zu wenig Platz oder weil es stinkt und weil sonst irgendwas. Einfach die ganzen Knochen genommen. Und hier unten eigentlich entsorgt. So traurig das auch klingt. Jo Alex, warum werden die eigentlich nach einer Zeit so braun, weißt du das? Da war ja mal Gewebe dran und auch Blut und Fleisch. Chemisch ist jetzt nicht ganz korrekt, aber theoretisch rostet Blut, weil im Blut selbst ja auch Eisen transportiert wird. Beziehungsweise das Eisenatom im Hämoglobin, also in den Bestandteilen Molekülen, die in den Erythrozyten, also den roten Blutkörperchen sind. Da ist eben im Zentrum dieses Moleküls ein Eisenatom. Und dieses Eisen, das bindet den Sauerstoff, der dann für das Leben notwendig ist, worüber das Ganze dann im Blutkreislauf transportiert wird. Ja, wenn das abgegeben wird, kann eben so ein Rostvorgang entstehen. Und letztendlich färbt sich Blut deshalb dann einfach bräunlich. Er ist unheimlich informativ, also das kriegt man eigentlich sonst nur beim Museum oder bei einer persönlichen Führung. Ist das echt so, ne? Totaler Mehrwert, dass wir den Alex dabei haben. Safe. Oh mein Gott. Ja. Und oben die Köpfe dann. Und die Schäden. Junge, 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 Junge. Aber es ist auch lustig, es sind ja irgendwie immer die gleichen, oder? Es sind alles so Oberschenkelknochen und Schädel. Ja, ja. Ihr sagt, da ist vielleicht so schwach und zerbricht was, ne? Ganz weird, wenn du noch so Zähne dran hast, ne? Hier jetzt gerade sehe ich keinen. Ja, und wenn man die Hand ganz hart auf hart sieht, werden wir alle mal so aussehen, ne? Jeder, der jetzt hier ist. Wahnsinn. Dunkelhäutig, hellhäutig, froher Mann. Ich meine, wenn man es hart auf hart sieht, dann hat die erste Respektlosigkeit damit begonnen, die Leichen überhaupt hier reinzuschweißen in die ganze Jäger. Ja, ja. Aber es ging ja nicht anders, ne? Ja, ja. Scheiße, Alter. Wie viele Knochen wir das hier sehen. Boah. Und da hinten, da ist jetzt wie so eine Statue von einem Schäferhund oder so. Ja. Wahnsinn. Scheiße. Jetzt sag ich, da ist noch mehr. Ja, doch. Schau dir das mal an. Ne, das ist noch gar nichts. Guck mal da. Ist das richtig hier? Ja, wahrscheinlich auch da hinten, ne? Einfach runtergeschüttelt. Alter. Hammer, das sind echt auch Bereiche, die wir einfach gar nicht gesehen haben. Ja. Das muss man echt mit eigenen Augen sehen. Ja. Wir waren schon hier und ich bin trotzdem erschüttert tatsächlich. Boah, hier vorne ist ein richtig großer Oberschenkelknochen. Wir gehen mal weiter. Und auch mal hier über uns. Überall. Diese ganzen Fossilien hier in der Decke. Übelst reingreifen. Das sieht so seltsam aus. Das haben wir ja vorhin oder gestern schon mal gesehen. Ja, aber so viel in der Masse nicht, ne? Wer weiß, wie lange die hier schon da drin sind, ne? Ja. Ich glaube, das hat man früher genutzt aufgrund des hohen Kalkanteils als Bindemittel. Bündigerweise steht meine Kamera ein bisschen verrückt hier. Echt jetzt? Seitdem wir hier sind. Also Gimbal überhitzt ohne Grund, obwohl sie aus war. Ich kann nicht mehr umschalten, also in die verschiedenen Modi. Ja. Okay. Aber tatsächlich... Ich glaube, wir werden hier zur PU zurückkehren. Ja, wir werden auf jeden Fall hier zum Finale eine paranormale Untersuchung machen. Ausführliche. Auch nicht so wie letztes Mal, wo wir nicht viel Zeit hatten und schon am Ende unserer Kräfte waren. Also da freue ich mich wirklich unfassbar drauf. Jetzt geht's hier nochmal ziemlich weit nach unten. Der Abstieg in die Hölle. Wir kommen ab! So, ich brauche eine Sekunde, Junge. Wir haben ja auch kichern, wieder zurück in die Dunkelheit verschwunden. Das kostet so viel Energie, wie, weiß nicht, eine halbe Stunde hier rumlaufen. Ich weiß, wo wir sind. Genau hier haben wir die Kinderstimme gehört letztes Jahr. Stimmt, hier sind die Treppe runter. Ohne Scheiß, ich erinnere mich. Genau hier haben wir diese Kinderstimme gehört, Robin und ich. Und Alex meinte gerade, seine Kamera spielt verrückt. Boah. Also klar, kann Zufall sein, aber das ist schon wieder krass. Umso tiefer wir in die Unterwelt abstiegen, umso unheimlicher wurde es. Und so häuften sich auch die unüblichen Ereignisse. Also ich habe gerade Leon die Frage gestellt, ob er sich hier, ob es nur an mir liegt oder ob die anderen sich auch unwohl fühlen. Es ist eine total komische Atmosphäre hier. Ich fühle mich hier auch eigentlich gar nicht wohl. Es wirkt irgendwie alles so bedrückend und einfach dieser Gedanke daran, dass hier so viele Tote liegen. Ja. Ist nicht schön. Okay, Jerry ist ganz vorne und meinte gerade, es riecht nach Kerzen. Man riecht es auch. Es riecht irgendwie, als wenn andere Menschen hier gewesen sind. Und irgendwie in den Bereichen finde ich es immer ein bisschen unbehaglich. Die Kamera hat sich auch einfach jetzt gerade im Gehäuse angeschaltet und jetzt kann man sie nicht mehr rausziehen, weil sie sich da drin verhakt hat. Der Gimbal, der hat sich einfach angeschaltet. Hä? Und ich will ihn jetzt auch nicht kaputt machen, weil die wird jetzt, also der Kamerakopf wird jetzt gerade im Gehäuse festgehalten, weil er sich gedreht hat. Und wenn ich jetzt dran ziehe, dann habe ich ein bisschen Angst, den Gimbal zu zerbrechen. Alter. Okay, also Alex Kamera spielt komplett verrückt. Ich habe jetzt gerade nochmal meine Aufnahmen gecheckt, weil beim Film ist mir aufgefallen, ich hatte in diesem oberen rechten Bereich mehrere Störungen. Und auf den Aufnahmen selber ist es nicht zu sehen. Das reicht. Also vielleicht gibt es dafür eine logische Erklärung, aber der Zufall ist schon ziemlich groß, dass die Kamera von Alex nicht wirklich funktioniert. Ich, ohne dass ich es wusste, auch Störungen im Bild habe. Ganz komisch. Boah, hier kommt ein übelst starker Geruch entgegen. Boah, hier sind Sachen aufgestellt. Das riecht echt weird irgendwie. Ja, guck mal. Das riecht richtig komisch. Schau mal in den Gang. Das ist übelst nebelig. Ja, also da vorne ist dieser Knochenthron und da ist auch extrem viel Rauch. Es ist keiner da, aber es riecht nach Kerzen. Das ist komisch irgendwie. Alter, was ist denn hier los, ey? Guck dich mal den ganzen Rauch an. Da ist also viel Rauch, ja? Wo kommt denn das? Und hier ist er. Da ist nicht mehr jemand. Und hier sind auch keine Kerzen oder? Da ist der Knochenthron. Ja, aber wo ist der? Wir haben nichts gesehen, nichts gehört. Junge. Also es ist wirklich ein komisches Gefühl, hier wieder zu stehen. Freunde der Unterwelt, wir sind eigentlich mit unserer Tour fertig. Wir haben viel gesehen. Wir sind jetzt etliche, aber wirklich etliche Kilometer hier unterlöschen lang gelaufen. Bienchen ist auch motiviert wie so. Stimmt ja gar nicht. Ich freue es voll noch. Auf jeden Fall, wir haben jetzt noch mal zwei oder drei Kilometer bis zu unserem Ausgang. Also bis zu unserem Headquarter, sagen wir es so. Aber an der Stelle können wir uns, glaube ich, noch mal ganz herzlich bedanken für die Tour, die du uns jetzt gerade in den letzten Stunden gegangen hast. Einmal hier ein Klepper, bitte. Oh, ihr seid so cute. Richtig cool. Wir haben halt doch so viel in einer relativ kurzen Zeit gesehen. Das ist krank. Gut, wir machen es jetzt zurück. Bussi, Bussi. Bis später, Freunde. Tschüssi. Perfekt, oder? Ja. Schön, euch wieder zu sehen. Das sind mal ein paar alte, bekannte Gesichter hier, ey. Was geht? Na? Habt ihr gepennt, oder was? Ich war gerade schon am Einschlafen wieder, ja. Oh nein, sorry. Alles gut, ey. Wir wollen ja auch gleich nochmal mit Robin los. Ja. Guck mal, Berg und Zwarte, richtig wund geworden. Krass, ne? Krass, ne? Ja, ja. Nach wirklich unfassbar viel Anstrengung und dem Schlafen im Dreck entschlossen sich manche leider den zweiten Overnight nicht mitzumachen. Eng, feucht und dreckig. Schaut bei ihm vorbei. Ja, wir haben leider das Problem mit unserem Scheißhotel. Wir können morgen nicht dreckig den ganzen Tag mit 50 Kilo Rucksäcke rumrennen. Aber möge es für euch noch eng, feucht und dreckig werden. Dicke Spussi. Jawohl. Bis bald. Tschüss, Baba. Tschau, tschau. Alter. Alter, willst du mich komplett verarschen, oder was? Gib mir einen Kuss. Ey, wir müssen hier mit da durchlaufen, ey. Das sieht so hässlich aus, ey. Junge, das sieht echt ein bisschen gruselig aus. Ich schwester, ich krieg Heimtreibe, dass das... Ich schwester, dass das gruselig ist. Auch mit den Augen, ey. Das ist so gut. Das ist so gut. Either way, Leute. Eine Sache, die wirklich gruselig ist. Wir haben hier die ganze Zeit zu dritt gesessen. Jetzt schon zwei Stunden oder so richtig intensiv getalkt. Zuletzt jetzt gerade, wurden wir immer wieder unterbrochen. Weil von hier Geräusche kamen und wir dachten, Berkan und Stefan, die nämlich im Raum gegenüber sitzen, also ein paar Meter weiter, dass die uns pranken wollen. Aber hier ist keiner. Ja. Richtig komisch. Okay, das ist creepy. Es fängt schon an, ey. Für die jetzt selbst gruselig, wenn du denkst, es ist ein ganzes... Ahhhh! Hahahaha! 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 Der hat die ganze Zeit da gehockt. Hahahaha! 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 Gucken wir doch mal, was der gute Opa macht. Ob der schon Kaffee am Kochen ist. Hahahaha! 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 Oh, ich hab die ganze Zeit gewartet. Kommen die jetzt oder kommen die nicht? Alter, ey. Wie lange hast du da gestanden, ey? War bestimmt... Wie lange bist du schon weg, ey? Acht Minuten? Ja, schon ein bisschen, ja. Immer hört man da schreien, immer, ne? Ja, mein Sch*** guckt da jetzt raus. Hahahaha! Hahahaha! Jetzt kommen die Franzosen mal. Hahahaha! Hahahaha! Ich gebe mich einfach gesagt hier. Hahahaha! Also wir werden jetzt auf die letzte Expedition gehen, nämlich für die paranormale Untersuchung nochmal zu den Knochen, vielleicht auch in Bereiche, die ihr noch nicht gesehen habt, wir haben nämlich schon gehört, da gibt es noch einige sehr, sehr schmale Passagen, wo man über Knochen kriechen muss, es wird nochmal richtig krank, aber jetzt verabschieden wir uns erstmal von den dreien. Der gute Stefan, nochmal Stefan, Let's Urbex und Robin von Urbex Adventure, ey, ihr werdet gleich. Schön, dass wir Teil von der ganzen Sache waren. Ja, wirklich. Wir sehen uns an der Oberfläche. Wir sehen uns an der Oberfläche. Genau, die drei werden jetzt gleich rausgehen, wir werden heute dann nochmal hier pennen. Ja, macht das Glück auf und bis später, ne, Jungs. Glück auf. Ich liebe euch. Lasst euch nicht anquatschen, ne, außer es lohnt sich. Bis dann. Ciao. Tschö. Jetzt wird's ernst. Da ist auch schon Alex komplett ready. Geht los jetzt, ne? Für die paranormale Untersuchung. Meine erste Pegu mit dem Geisterteam. Schlecht mit LeonTV. Xander Stories. Alter, jetzt geht's aber richtig steil. Ich freue mich so. Das wird richtig geil. Da das die paranormale Expedition wird, werde ich jetzt nur noch mit dieser Laterne hier vorlaufen. Boah, also das ist ein Feeling hier mit, ne? Das kann man sich nicht vorstellen. Wer kommt? Was sagt das Thermostar? Wie breit ist das Wasser? Das ist kalt. Sehr kalt. Zieht sich gerade ein, hier. So. Alter, dieses Feeling hier mit, ne? Unscheiß. Nimm die mal und lauf mal vor dabei. Das ist so geil. Boah, das ist schon geil. Straight out of the hall. So, wir müssten jetzt fast da sein. Wir sind da, oder nicht? Das ist das Runde, ja. Wir sind da. Okay, wir sind da. Das bricht mir das Genick, wenn ich hochgucke. Junge. Jetzt hättest du endlich mal jemanden küssen können, Berghand. Boah, Leute, wir laufen jetzt schon so lange. Ich sag euch ehrlich. Ich kann einfach nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Ich treche. Ich hab keine Pause mehr gemacht. Nur gelaufen. Ich hab mir echt einen Sorgen um den Lieber. Alter. Ey, Leo, ey. Ey, Leo. Scheiße, scheiße. Wird's dir gut? Leon, Leon. Oh nein. Er hat keine Energie mehr. Er hat keine Energie mehr. Ich brauch Energie, ey. Guck mal ganz kurz. Okay. Dann hilft nur eins. Ihr wisst es. Schauen wir mal schnell. Welche Sorten hast du? Der sollte passen. Hast du die neuen Sorten? Schnell, er braucht Hilfe. Schnell. Du brauchst auch keinen Shaker. Es wiegt. Es wiegt so fort. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Wir können weiter. Wir können weiter. Er ist das so. Man kann es sogar so essen. Er gibt sich das pur. Ja, wie Ahoi-Brause so, ne? Ja, ohne Scheiß. Das schmeckt, oder? Also der Anfangsgeschmack ist eklig, aber jetzt geht's. Weißt, war es schon leer? Ist leer, ja. Also nur kurz zur Info. Man sollte es mit Wasser mischen im Shaker, ja? Mit dem grünen Arzt, alter geil. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, aber es war schon geil. Das war so ein Freitag spontaner. Ja. So, Leute, da soll es jetzt reingehen. Seid ihr ready? Ja, Leon, wir sind ready. Ja. Dann kommt mit. Okay, kommt ihr mit? Nein, ihr kommt nicht mit. Kommt mit, ey, kommt schon. Vielleicht, vielleicht. Ich nehme euch jetzt einfach mit. Okay. So, Leute, ich hoffe, ihr seid ready. Weil jetzt wird es richtig crazy. Okay, Leute, wir sind jetzt hier durch die Wand geklettert. Das ist so richtig auf der Wand. Guck euch das mal an hier an der Seite. Junge, Junge, Junge. Also, ich finde es krass. Also, jetzt mal wirklich, das, was wir jetzt sehen, das ist halt das Krassste, was wir sehen werden in den Katakommen, glaube ich, ne? Oh, mein Gott. Alter. Krass. Was? Krass. Junge. Hier ist einfach komplett... ne riesiger Haufen mal Knochen. Junge. Traurig. Das ist wirklich traurig. Und daran merkt man, dass die halt früher die auch einfach nur reingepfeffert haben. Ja, es ist einfach ein Brunnen, wo die die ganzen Knochen reingepfeffert haben. Ich weiß nicht mehr, was ich noch sagen soll. Mir wird gerade auch ein bisschen schlecht. Und hier tatsächlich noch der untere Teil. Eine Lendenwirbelsäule. Das ist hier nur draufgelegt. Das Ossacrum, wie es sich nennt. Also der unterste Teil der Wirbelsäule, kann man hier noch erkennen. Das ist sozusagen das im Volksmund auch als Steißbein bekannte. Ich wollte gerade sagen, ja. Genau. Dieser Teil der Wirbelsäule, der auch prominent dafür ist, wenn man tatsächlich auf den Hintern fällt, dass dieser verknöcherte Teil eben auch mal brechen kann. Dieser Steißbeinbruch. Und das ist dann der Abschluss der Wirbelsäule mit der Lendenwirbelsäule, die hier draufliegt. Um sich eben auch vorzustellen, wie sie sich bewegt. Die Streckung nach vorne, die eben so funktionieren kann. Nach hinten allerdings begrenzt ist. Hier zwar nur ein kleiner Teil, aber ich hätte nicht unbedingt erwartet, dass wir überhaupt die Art von Knochen hier finden würden. Ich hätte gedacht, dass fast alles, ja, mehr oder weniger Röhrenknochen wie die hier sind. Und das hier ist ein Teil des Oberarms. Humerus nennt sich dieser Knochen. Das Schultergelenk, in dem der Oberarm dann hier befestigt ist. Die ganz großen, die man auf jeden Fall überall sieht, sind eben die bekannten Oberschenkelknochen. Das Ostfemur ist und auch der Femur, der eben wirklich ein richtig mächtiger und auch der größte Knochen im menschlichen Körper ist. Also man unterschätzt das Ganze auch. Wir haben vorhin einige gesehen, die waren relativ klein, also eventuell von Kindern oder eben auch der Zeit geschuldet, weil es teilweise ja wirklich 300 Jahre alte Leichen sind. Eben auch einfach kleinere Menschen. Denken wir mal wieder so zurück und sehen, was wir noch so finden. Krass, ey. Alex, ey. Aber der Anblick da hinten, das ist wirklich krass. Mega krass, ne? Vor allem, ich habe es auch gerade gesagt, wenn du da einen rausziehst, einen der Knochen, es kann sein, dass das alles zusammenfällt, ne? Ja, ja. Komm, raus hier, ey. Ja. Das ist super bedrückend hier. Ja. Hier ist es. Hier kann es schön stehen. Guckt euch das an. Aber guck. Leuchte mal nach rechts, wo wir nicht da oben. Hast du jetzt auch was gehört? Ja, Schritte. Ich habe halt vorhin auch wieder wie so ein Flüstern und so. Es ist genau der selbe Sound wie beim letzten Mal wieder gewesen, gefühlt. Okay. Let's go. Hier machen wir jetzt eine paranormale Untersuchung. Okay, meine Lieben, also wir haben jetzt hier alles Mögliche vorbereitet. Und ich glaube, das ist wirklich, das ist die Definition von geisteskrank. Wir haben jetzt hier die verschiedensten Gerätschaften, die wir halt mitnehmen konnten. Natürlich alle in abgespeckter Form, weil es uns viel zu viel Platz weggenommen hätte. Hubi hat hier eine Thermalkamera, womit er die ganze Zeit die Temperaturen im Raum überprüft. Wir sitzen hier vor diesem riesigen Berg an Knochen. Wir haben hier quasi wie die Ballonlichter, die ihr vielleicht schon kennt. Wenn man die halt fest genug antippt oder dreht eigentlich, dann gehen die halt an. Genauso wie das Katzenmärchen, das muss man wirklich nur ganz leicht berühren. Berghand wird es K2 Meter in der Hand haben. Und ja, ich würde sagen, seid ihr alle bereit? Ja. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, können wir als erstes mal damit beginnen, uns vorzustellen, oder? Ja. Also mein Name ist Alexander. Hallo, ich bin Mike. Mein Name ist Berkant. Ich bin Leon. Und mein Name ist Hubi. Ja, wir sind mit guten Absichten hier und wir würden jetzt einfach mal in den Raum und die Flure fragen, ob wir hier alleine sind. Falls nicht, dann gehen wir davon aus, dass sich hier jemand mit uns befindet. Vielleicht nicht nur eine Person, aber falls du uns gerade hören kannst, dann würde es uns freuen, wenn du uns ein Zeichen geben könntest und wir dir ein paar Fragen stellen dürften. Ich würde sagen, wir sind einfach mal ganz leise. Und hören sonst einmal in die Ruhe hinein, ob du uns vielleicht ein Zeichen geben kannst, dass du hier bist und mit uns kommunizieren möchtest. Du kannst vielleicht auch irgendwo gegen klopfen, gegen eine Wand oder auf dem Boden. Dann mach doch gerne mal jetzt ein Geräusch. Und da kam gerade so ein bisschen ein Geräusch. Aber es könnten auch Stimmen von Leuten gewesen sein. Nee, ich meine eigentlich so ein dumpfes Klopfen. Tatsächlich. Also es war relativ leise, aber war das ein frisches Teelicht? Weil die Flamme ist fast aus. Und jetzt gerade hat die geflackert und ist fast ausgegangen. Vielleicht war es das bereits du jetzt gerade. Wir haben hier auch verschiedene Gerätschaften, um besser zu verstehen, dass du hier bist. Du brauchst zum Beispiel den pinken Ball, der da in der Mitte liegt, einfach nur zu berühren. Das würde uns wirklich extremst freuen und du kannst gerne auch näher zu uns kommen. Ich weiß nicht, dass du hier kalt warst. Echt? Mhm. Wärmer oder kälter? Kalt. Aber was kalt ist, ist kurz und das Bild ist wieder verschwunden. Okay. Das ist krass. Vielleicht bist du ja tatsächlich schon hier irgendwie bei uns. Ich habe gerade daran gedacht, Alex, was meinst du? Sollen wir den kleinen Ball, sollen wir den vielleicht da vorne hinlegen? Weil es kann ja auch sein, dass wenn hier irgendeine Präsenz ist, die sich auch nicht direkt traut, so total nah an uns ranzukommen. Und dann können wir vielleicht erst mal die Möglichkeit geben, das ein bisschen weiter weg irgendwie zu berühren. So, Alex legt jetzt das Katzenbällchen da hinten hin. Es blinkt gerade, ne? Tatsächlich. Aber du hast es ja hingelegt gerade. Aber es war danach dunkel. Also bin ich jetzt blöd oder war es danach dunkel? Ich glaube eigentlich auch, es war dunkel. Es war dunkel, als ich die Schritte hierher gegangen bin. Kannst du das nochmal machen? Kannst du das Katzenbällchen nochmal? Tatsache. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Gut, damit können wir uns sicher sein, dass wir heute Nacht einen Kontakt haben. Ja, an der Stelle denke ich, danken wir dir erstmal für dieses erste Zeichen. Damit wissen wir, dass wir mit dir sprechen dürfen und du uns gegenüber hoffentlich friedlich gesinnt bist, dich mit uns unterhalten möchtest. Und wir können dir nochmal versichern, dass wir dir natürlich nichts Böses tun wollen. Wir sind mit guten Absichten hier und möchten uns ganz friedlich mit dir unterhalten. Waren die voll? Waren die voll? Eigentlich schon. Boah, das ist doch echt. Ich habe extra zu Hause die Kamera eingeschaltet und die Akkus überprüft, sonst hätte ich sie natürlich nochmal angeschlossen, aber die waren beide voll. Ich habe halt zwei Akkus mit, ne? Machen wir die jetzt erstmal nochmal aus, aber das ist eigentlich komisch. Konzentrier dich erstmal auf die Thermal, wir machen gleich in der kompletter Duster halt Fotos, ja? Also wir benutzen die Ghost Tube App. Mit der haben wir in der Vergangenheit auch gute Erfahrungen gemacht. Natürlich am Ende des Tages, gerade bei technischen Dingen, kann man nie hundertprozentig wissen, was daran ist. Wir haben gute Ergebnisse damit erzielt gehabt, die auch passend waren. Geisterjäger-Teams, vorwiegend auch aus den USA, nutzen die ebenfalls, ne? Deswegen machen wir das jetzt auch, weil damit können wir halt die direkte Kommunikation machen. Das funktioniert halt so, dass auch das wieder über elektromagnetische Felder funktioniert, die halt spezifisch angesteuert werden können von der Präsenz und so eben auf eine Wortdatenbank zugeriffen werden kann. Vielleicht stellen wir einfach die simpelste Frage, magst du uns deinen Namen verraten? Könntest du uns deinen Namen nennen, damit wir wissen, mit wem wir hier gerade sprechen? Nur um auch den letzten Zweifler entgegenzuwirken, magst du es mal auf Französisch versuchen? Das ist merkwürdig. Über die Sprachbarriere, dass wir uns nicht sicher sind, ob man uns versteht. Es ist natürlich die Frage, wenn jetzt gerade schon eine Antwort kommt, ob das Verständnis jetzt unserer Sprache trotzdem gegeben ist oder ob das jetzt schon was damit zu tun hatte. Ich meine, wir haben unseren Kontakt, nur falls es da Verständnisprobleme gibt und für die Zuschauer gleichzeitig. Also wir kommen mit guten Absichten, wir kommen mit guten Absichten, wir wollen nur ein paar Fragen stellen, falls das okay ist und uns unterhalten. Wir können einfach ein Gespräch führen, um mit dir in Kontakt zu treten. Wir sind hier den ganz weiten Schick. Ja. Also, mehr Zeichen geht nicht, oder? Naja, das ist echt krass. Also, wir sind aus Deutschland hierher gekommen, um mit dir zu sprechen. Die Kerze flackert hinter mir auch die ganze Zeit. Das ist merkwürdig. Könnte natürlich auch womöglich zu der ganzen Situation hier passen, weil es wahrscheinlich nicht jeden Tag vorkommt, dass Leute mit so einem Equipment hier reinkommen, sich zu den Knochen setzen und den Kontakt suchen. Ja, deswegen habe ich schon wieder gedacht, dass ich davon aus gehört hätte. Genau in dem Moment. Das war Bewegungsmelde, ne? Ich meine, ja. Und der funktioniert ja wirklich nur, wenn du das Handy berührst. Die Kerze sind richtig am Flackern. Ja, nur. Das läuft schon mal richtig. Und dann steht du wieder ganz still. Dann kannst du wieder ganz mal da stehen bleiben und irgendwie deine Hand nehmen, die Kerze tun und gucken, ob du irgendwie den Windzug was spürst oder so. Also, es ist halt generell hier in dem Bereich auf jeden Fall deutlich kälter, sitzt da vorne irgendwie, ne? Das heißt ja nicht, dass es kackern kann. Das kann aber auch an uns liegen. Aber man sagt natürlich, dass kälte... Also, wenn ich mich hier instelle, hier ist es halt richtig kühl irgendwie, ne? Guck mal, meine Kamera wird gerade unscharf. Guck mal, siehst du das? Jetzt hat sie wieder fokussiert, aber normalerweise passiert das gar nicht, weil die einfach so ein kleines Objektiv nur hat. Wenn ich das, reicht das so nah dran zu sein? Nein, ich muss das berühren, glaube ich. Können sie uns jetzt auch einfach mal, also, über die Ghost Tube App scheint ja jetzt gerade nicht allzu viel rumzukommen. Einfach die Ghost Tube App geöffnet lassen und die Lichter ausschalten und das Blitzlicht Experiment starten. Weil das Gruselfaktor garantiert hier, wenn ich das jetzt... Junge, Alter. Ich filme gerade die ganze Zeit in die Ecke. Oben. Oh, schlagartig, hab ich wieder viel sauer. Ich habe da eben rangezoomt, weil ich irgendwie eine Art Gesicht gesehen habe. Das kann ich mir natürlich paradolisch eingebildet haben. Aber ich habe da eben was gesehen, da reingezoomt, habe es immer noch gesehen. Rausgezoomt, wieder reingezoomt, habe es immer noch gesehen, dass ich mich angemacht habe, war es weg und jetzt ist es weg. Okay. Also, das ist auf der Aufnahme auch. Und es wird immer wieder... Jupscht, ich habe auch was gehört. Stimme. Und zwar hoch und weiblich. Wie ein Mädchen. Hallo? Ich habe auch was gehört, aber... Kurz davor meine ich einen Schritt gehört zu haben. Und dann wollte ich schon sagen, also da meinte ich kurz leise und dann kam die Stimme. Sprich gerne mit uns. Hä? Aber auch jetzt gerade, ich habe extra... Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört, den Knochen auf dem Mund? Ich habe meinen Fuß in dem Moment nicht bewegt. Und jetzt habe ich extra so geguckt, ob ich irgendwie... Ja. Das war einfach nur so ganz, ganz leicht. Ich weiß, irgendwann kommt man sich verrückt vor, aber... Ich hatte ja auch eben auf einmal den Knochen auf dem Fuß liegen. Also auf dem Fuß. Es ist das, was wir wollen. Das ist schon ganz schön komplex. Das ist mehr als ein Wort. Ja. Alter. Das ist genau das, was wir wollen. Kommt gerne her. Macht auf euch aufmerksam. Berührt uns sogar sehr gerne. Nutzt die Energie unserer Geräte oder von uns. Wir werden es jetzt Licht ausschalten. Ich sag schon mal, ich nutze hier gleich mit Augen zu. Ich greife mir gleich in die Augen zu. Wenn ich das plötzlich ein Experiment mache, da habe ich Angst vor. Hast du Angst? Wir werden es jetzt machen. Reifst du mir mal die Vollspektrum-Kamera? Es ist, was ich will. Nochmal. Er hat gerade von den Blitzlichtfotos gesagt. Ja, ja. Und das ist das, was sie will? Okay, also echt krass. Also, ich weiß auch nicht. Ich habe die Vollspektrum-Kamera nicht benutzt. Und jetzt kann ich ihn wechseln. Also, die Ergebnisse sind echt super spannend. Auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, die Präsenzen haben Bock, uns was zu zeigen. Seid ihr alle bereit für das Blitzlicht-Experiment? Blutig. Blutig. Das habe ich dir noch nie besprechen. Nee, ich auch nicht. Also, wir haben... Es ist das, was wir wollen. Es ist, was ich will. Und dann blutig. Das klingt alles halt auch voll negativ irgendwie, ne? Ein Mulmig wiegt mir auch gerade im Bauch. Okay, also wir werden jetzt das Licht ausschalten. Und jetzt werden wir einmal hier in kompletter Finsternis uns aufhalten. Wir würden dich bitten, noch weiter auf dich aufmerksam zu machen. Berühr uns gerne. Zeig dich gerne auf den Fotos, die ich jetzt schießen werde. Du brauchst dich nicht vor dem hellen Licht erschrecken. Das ist einfach nur, damit ich dich sehen kann. Wir werden jetzt das Licht ausschalten. Oh mein Gott. Bringt ja nichts zu lügen. Ja, du bist tot. Aber... Jetzt haben wir die Möglichkeit, miteinander zu sprechen. Und so... Kannst du noch einen Hauch von Leben von dir zeigen? Ja, du bist ein Hauch von Leben. Ja. Zeig dich gerne auf einem der Fotos, die ich jetzt schieße. Du brauchst keine Angst zu haben. Komm gerne zu uns. Heil gesucht. Alter, ey. Willst du noch eine Route von uns als Voli machen? Weil es kann ja auch sein, dass sich jemand zu uns gesetzt hat. Also nur so als Zufall. Ja, klar. Ist dieser Ort hier heimgesucht? Und wenn ja, von was? Boah, irgendwie... Ganz komisch. Ich weiß nicht, ob die Linse verschmiert ist oder das irgendwie... was meinst du mit heimgesucht? Wir wollen jedenfalls nicht, dass du uns heimsuchst. Wir möchten den Kontakt nur im Rahmen dieser jetzigen Versuchung aufrechterhalten. Und wenn wir diesen Ort verlassen, dann gehen wir mit der guten Absicht, mit denen wir gekommen sind. Aber wir enden diesen Kontakt. Wir wünschen dir Frieden und alles Gute. Aber wir bitten dich darum, uns nicht zu folgen. Ich weiß, ihr könnt mich für komplett verrückt halten. Aber ich möchte einmal jetzt hier rüber gehen. Ist so ein leichter Schleier die ganze Zeit. Teilweise beim Bild habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht. Das meinte ich halt, dass auf die Linse verschmiert ist oder so. Ich weiß es nicht. Das könnte auch Luftfeuchtigkeit sein. Hast du noch mal drüber gewischt? Ja. Das ist halt teilweise echt nur manchmal, ne? Oder hast du Bock mitzukommen mit einer Nachtsicht? Also wirklich nur einmal hier 10 Meter in beide Richtungen, weißt du? Und eine Statue. Statue. Oder der Hund. Der Hund. Der Hund ist eine Statue. Der Hund ist eine Statue. Der Hund ist eine Statue. Oh, ist das gruselig, ey. Die Sounds kam von dir, oder? Die waren gerade von mir. Alter. Warte mal. Ich habe so Gänsehaut am ganzen Körper. Ich glaube auch. Also hier sieht schon wieder irgendwas so ganz, ganz komisch aus. Wie so ein... Siehst du das direkt neben dir? Rechts? Ja. Das meine ich. Wie als wenn da irgendwie Schmiere oder so. So ein Schmieren fast, ne? Drauf ist, ja. Ja. Boah. Also akkurater geht es, glaube ich. Das geht wirklich gar nicht akkurater, ne? Ne. Also es piept wahrscheinlich gleich nochmal. Was war das? Hast du das Geräusch gehört? Ne. Das hat hier auch gerade so ganz komisches Geräusch gemacht. Ob sie an der Statue begraben ist? Also so ein Knacken. Boah, es fehlt gerade alles übelst viel. Also ich krieg auch wirklich ein unwohltes Gefühl, dass ich bestehe, wenn ich hier alleine im Meer in der Dunkelheit mit dem Rücken zukehre. Wir reden auch laut genug, da müsstet ihr es... Was war das? Das war ich nicht. Wir reden auch laut genug, da müssen... Wir reden auch laut genug, da müssen... Das war aus eure Richtung. Das war aus eure Richtung. Ich schwöre auf mein ganzes Leben, dass wir das nicht waren. Das war auch... Das war eure Richtung. Wir haben hier nichts berührt. Das kam aus eure Richtung. Das kam aus eure Richtung. Da kam gerade so ein... So... Wirklich wie im Film. Ich habe auch komplett Gänsehaut gerade. Alter. Boah, Junge, ich heule gar nicht. Das war voll der laute Boom direkt neben mir. Ich habe nichts gemacht. Das klang richtig. Jetzt hier schon wieder ein Geräusch. Ja, das sind immer noch hier zugeschlagen oder so. Da sind... Ne, ja. Darf ich einfach was sagen? Ja. An der Wand hier direkt. Da sind so diese Eimer und so. Ich habe hier aber nichts berührt, Mann. Ich habe hier wirklich nichts berührt. Ne, der steht direkt an der Wand. Also ich habe mich auch in dem Moment nicht bewegt. Leon stand gerade hier vor mir. Das könnte halt hier wirklich so ein Eimer gewesen sein, aber... Ich habe halt eigentlich nichts berührt. Heißt ja nicht, dass du das warst, aber es kann sein, dass sich das bewegt hat. Ja. Und es kam aber direkt danach von dem Flur hier das Keuchen, ne? Wir wissen halt noch nicht, wo wir hintreten. Ja, wir müssen immer ganz vorsichtig langsam. Also du kannst dich gerne auf einem der Geräte zeigen. Oder dich... Hörbar machen. Das ist komplett verschwommen gerade. Als ich hier reingefallen habe. Das ist wieder scharf. Das ist so... Geisteskrank, ehrlich. Also ich glaube, eine krassere PO kann man auch nicht machen. Und ich glaube, so sehr ich es mir auch wünsche, aber kein Zuschauer zu Hause, der jetzt gerade zuguckt, kann sich nur ansatzweise vorstellen, wie sich das gerade anfühlt. Ich fotografiere einmal in beide Richtungen. Ja. Und dann können wir wieder zurück. Dann geht's nur in eine Richtung. Kannst du auch nochmal in die Richtung fliegen. Selbst auf der Nachtsicht ist das absolute Dunkelheit. Bist du hier bei uns? Hallo? Könnt ihr mal leise sein? Leute! Leise! Was? Zurück aus! Geh mal zurück. Vorsichtig. Ey, wir gehen hier hin und dann auf einmal zurück aus. Kannst du genug sehen? Boah, ich habe so Angst, dass mir hier irgendwas an den Rücken fasst, ne? Aber du... Amanda! Ja? Wie viel Akku hatte deine Kamera? Wieso? Die ist aus! Die ist angeschlossen an der Powerbank. Die ist ausgegangen. Die ist ausgegangen. Die hatte 50% und lädt an der Powerbank. Die ist aktiv angeschlossen. Die hat dreimal gepiept und ist ausgegangen. Guck mal da. Aber ja. Die ist aus. Dann hängt auch so runter. Der hört sich so... Und keine Sekunde später kam aus. Ja. Zurück aus. Ja. Junge, Alter. Die... Das... Das könnte halt alles nicht passender sein, ne? Nein. Auch mit den Begraben und so. Man weiß gar nicht so richtig, was man sagen soll. Mhm. Ich meine auch schon wieder was gehört zu haben, aber... Wenn wir noch einmal 10 Meter in die Richtung, dann kommen wir zurück. Ja. Ach, ich muss die Lampe aus... Was? Opfern. Opfern. Aber jetzt mal wirklich, wir können hier jetzt nichts opfern. Verabschiedung. Verabschiedung. Da möchte sich jemand von uns verabschieden. Ja. Ja, dann machen wir das. Bei dir die Schritte? Ich meine auch, da war schon wieder irgendwas. Da waren drei Schritte? Mhm. Zum Abschluss haben wir tatsächlich noch eine Ouija-Sitzung dort unten gemacht. Bei der ehrlicherweise aber nichts passiert ist. Für uns war das Wort Verabschiedung dementsprechend ein ziemlich eindeutiges Zeichen. Wie immer gibt es für alle Kanalmitglieder ab der Stufe 2 alle Aufnahmen in komplett ungeschnitten. Diese werden wir dann wieder gemeinsam in einem Livestream analysieren. Schreibt unbedingt mal in die Kommentare, was ihr von dieser paranormalen Untersuchung haltet. Das war geisterkrank, meine erste PU. Und ich dachte echt, was geht hier ab? Ich dachte echt, was geht hier ab? Und ich denke so, warum flippen die nicht aus? Ihr sitzt hier so ganz cool, als wäre das nichts. Der Ball rotiert ohne Ende. Dann die App rastet richtig aus. Und ihr sitzt hier so ganz cool, als wäre das gar nichts. Ich hatte auch immer wieder Gänsehaut. Ich glaube, es liegt daran, dass man wirklich schon häufiger ähnliche Dinge erlebt hat. Und zwar, um ehrlich zu sein, nicht unbedingt so geballt. Also es ist schon viel passiert, innerhalb kürzester Zeit. Ich meine, wir haben jetzt nicht viel Zeit hier verbracht. Und trotzdem haben wir ja alle samt gesagt, das ist gerade ziemlich seltsam, was hier passiert. Also man kann schon sagen, dass es für alle von uns auf jeden Fall eine beeindruckende Erfahrung wieder war. Gut, Leute, wir werden jetzt die Sachen zusammenpacken. Wir werden zurück zum HQ gehen und den letzten Overnight hier machen. Und wir haben uns eine kleine Besonderheit überlegt. Ich habe nämlich Fackeln mit und wir werden den Rückweg mit Fackeln antreten. So wie die Leute hier früher durchgelaufen sind. Weihnachten. Na, halb zwei PU vorbei. Ab nach Hause. So Freunde, Fackeln sind an. Fotos für die T-Shirts sind gemacht. Mit der Laterne und den Fackeln geht es jetzt zurück. Hubi, der Nachtwächter, wird uns jetzt zu unserem HQ beleiten. Junge. Fackel vorne, Fackel hinten. Fackel vorne, Fackel hinten. Junge. Okay. Jetzt mal ohne Scheiß. Stellt euch mal wieder ganz kurz vor. Damals hatten die keine andere Lichtquelle hier unten. Kein Strom. Die mussten auch mit solchen Fackeln hier rumlaufen. Das kann man sich echt nicht vorstellen. Und wenn das Licht aus war, war es aus. Dann ist es stockfinster. Das schwimmelt. Du guckst voll in die Dunkelheit. Ja. Man kann immer nur so ein paar Meter reingucken. Und du bist halt selbst zusätzlich so geblendet vor Feuer. Ja. Aber ich muss auch zugeben, ich finde es krass, dass wir uns trotzdem uns richtig gut orientieren können. Ich habe ein bisschen erwartet, dass wir nachhelfen müssen mit Taschenlampe. Boah, passt auf, hier ist ein Loch. Zwei Tage jetzt hier drinnen. Wir haben einmal ganz kurz Sonnenlicht gesehen tatsächlich bei einer Erkundung. Hier ist schon ein geiles Feeling echt. Schon wieder von da wie so Schritte gehört, ey. So ein bisschen bergab. Echt jetzt? Ja. Es kommen aus allen Richtungen Schritte. Ey, es ist so geisteskrank, ehrlich. Ich, 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 dieses Wort hat sich, ey, das sage ich viel zu oft. Immer wieder hörten wir aus verschiedenen Gängen Schritte, wo aber keine Leute waren. Die Atmosphäre, nur mit Fackeln durch die Pariser Katakommen zu laufen, ist wirklich nicht zu übertreffen. Hubi, Kopf drücken. Alles gut, Alter? Ja. Hey. Hallo. Geil dir. Geil, ey. Geil, ey. Creepy wäre, wenn jetzt auf mich was zugerannt käme, ne? Du siehst es ja nicht. Erst wenn es so zwei Meter vor dir steht. Steht einfach so jemand, so ey. So ein kleines Kind. Die Fratze. Die Maske. Boah. So Leute, wir lassen die Fackel jetzt bis zum bitteren Ende ausbrennen. Die wird jeden Moment ausgehen. Aber wir wollen halt im Moment auch fühlen, wie es damals war, wenn es hier das Licht hier ausgeht, ne? Weil das Licht wieder auch immer schwächer so langsam, ne? Ja. Ja. Überleg ich mal, du bist hier alleine, das Licht geht dir langsam aus und, boah, du bist hier immer panischer dann. Du bist ja immer mehr und immer schneller. Ja. Dann noch genug zu sehen. Je schneller du läufst, desto schneller brennt ja auch die Flamme. Ja. Das ist wirklich ein Todesurteil. Weil wenn du hier kein Licht mehr hast, also du bist ja aufgeschmissen. Du bist wirklich tot. Wenn das Licht gleich nicht ausgeht, dann küssen wir uns kurz, ne? Man merkt, vom Tempo werden wir immer langsamer, weil das Licht halt immer weniger wird. Komm, finales Ende für die Fackel. Ja. Wie war Leute? Ja, zwei, fünf Minuten Takt, ey. Und auf einmal hat hier irgendwer mit einer Dings eine Nebelmaschine losgelegt. Nee, ne? Der Raum hier war komplett zugenebelt. Und deswegen hab ich auf Huvies Plan dahin gehangen, damit nicht noch mehr davon hier reinkommt. Ja, ja. Wir kriechen uns erstmal jetzt ein und dann gibt's eine letzten Overnight. Wir haben jetzt 2.30 Uhr und der Wecker schellt um 6.30 Uhr. Also, wir haben uns den Raum hier richtig schön gemacht. Gerade kamen nochmal Franzosen, die sich hier dazulegen wollten. Und deswegen hab ich jetzt auch mein Elefantenhaut wieder davor gemacht. Damit die hier gar nicht erst auf die Idee kommen, irgendwie reinzulupen. Das ist halt so ein relativ zentraler Raum, den man als erstes anpeilt. Jetzt machen wir die Augen zu. Vier Stunden Schlaf werden wir ungefähr bekommen. Zumindest wenn ich jetzt sofort in den Tiefschlaf falle. Und das wird nicht der Fall sein. Aber es geht schon irgendwie. Kriegen wir hin. Eine gute Nacht. Genau, danke. Das wollte ich gerade auch noch sagen. Ey, Freunde. Diese Nacht war viel schlimmer als die andere. Man sieht's noch ein bisschen. Diese... Ich will's nicht sagen, aber ich sag's trotzdem. Franzosen haben ihre Kacknebelmaschinen hier die ganze Zeit durch die Gänge gehalten. Es war teilweise alles voller Nebel. Zwischenzeitlich ist man wach geworden, weil die ihre Musikboxen hier reingehalten haben gefühlt. Das war wirklich nicht mehr feierlich. Und es ging halt immer mal wieder so. Um Uhrzeiten, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also ich glaub wir alle haben richtig wenig Schlaf. Zack, zack. Let's go. Es war eine Zeit unsere Sachen zu packen und unser HQ zu verlassen. Wir wollen einfach nur raus und an die frische Luft. An die Sonne. Wir wollen einfach nur hier aus diesem Scheiß-Untergrund raus. Und deswegen werden wir uns jetzt auf dem Rückweg nochmal komplett zerstören mit den fetten Rucksäcken. Es wird todesanstrengend. Wir werden rauskommen als halbe Zombies. Paris wird denken, die Zombie-Apokalypse ist ausgebrochen. Aber es ist egal. Weil wir dann sagen können, wir haben's geschafft. Zwei Overnights in den Pariser Katakomben. Was ist denn hier los? Ihr seid viel zu motiviert, alter Hubi. Der frisst euch gleich, ne? Also. So Freunde, mit den fetten Rucksäcken gepackt jetzt. Geht jetzt wieder raus. Wir werden jetzt so durchziehen. Wir müssen da durch, ja. Da, von da oder so. Hier? Ja. 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 Wir kommen mit Rekordzeit hier raus. Ja. Ah. 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 Okay. Wir sind in La Plage angekommen. Ihr seht, die Statue dann weiter durchziehen. Und jetzt wird es mal richtig scheiße. Man hört es schweres Atmen. Stimmung! Guck mich bergen dann. Da fass ich noch Hubis Rucksack davor, weil Hubi auch komplett am Ende ist. Ich auch. Ihr seid richtig geil. Du bist geiler. Du bist geiler. Du bist geiler. Nein, Taco ist geiler. Ja, ich bin geiler. So macht man einfach einen Schlussstrich. Los ihr kleinen Sch*** raus hier. Okay, erst die Planendung. Mal wieder die beiden gehen checken. In die Richtung soll eine Wendeltreppe sein, ob wir da abkürzen können. Ey, wenn ihr kein Abo und kein Like da lasst. Ich komme zu euch gekocht, egal wie weit. Wir werden den Treppen nach oben, und wir kommen direkt auf den Börnersteig raus. Nein. Ultra geiler Abschluss, oder? Es muss einer vor, ohne Rucksack die Klappe aufhalten, Rucksack hinterher geben, den Rest kann mit Rucksack rausklettern. Leute! Ich freu mich so! Wir haben es fast geschafft. Okay. Ich freu mich so aufs Tageslicht. Das glaubt ihr gar nicht. 48 scheiß Stunden in kompletter Dunkelheit. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! In der Aktion Leute! Wof! 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 Was ist das für ein Vlog hier ey? Let's go man! Haha, geil! Hier ist der Eingang. Die sind da man, die sind einfach da. Feucht und dreckig! Oh mein Gott! Hier sind sogar der mit am Start ey! Darf ich euch kurz daran erinnern, dass das das letzte Mal ist für die nächsten zwei Tage, dass ihr Tageslicht sehen werdet? Okay, die Situation wird brenzlig, aber wir glauben, dass gerade die Polizei da hinten uns hinterher kommt. Das ist der Abstieg in die Katakomben. Oh nein! Leute, ich bin zurück! Ich dachte mir, was sollten da für ein blauer Mössack rum, als das Hubi auf einmal. Was riecht denn das hier so nass? Bingo Bongo! Der Opa! Leute, ich will Motivation, was ist hier los? Jetzt wird's richtig abenteuerlich. Ich pass den gerade noch durch! Die machen wegschneichen, ich kann nicht schlafen. Ach du heilige Scheiße! Irgendwas stimmt mit Hasi nicht! Ahhhh! Komm noch nicht in Deutschland! Der König der Unterwelten ist Kartenleser, deswegen, es kann nichts schief gehen, außer dass wir sterben, aber ansonsten kann nichts schief gehen. Immer der Nase nach. Aber es liegt nur an den Blähungen. Das ist so die einzige Zeit im Jahr, wo ich mich gut spüren kann, wegen meiner Größe. Beschissen! Ahhhh! Das ist das wahre Gesicht der Katakomben, ne? Das muss man echt in eigenen Augen sehen. Ahhhh! Ahhhh! Straight out of the heart, Finn! Alter! Was? Das ist die Definition von Geisteskrank. Hallo? Also man kann schon sagen, dass es für alle von uns auf jeden Fall ne beeindruckende Erfahrung wiederum. Ahhhh! Stimmung! Hahahaha! 48 scheiß Stunden in kompletter Dunkelheit. Dion! So ne Gänsehaut! 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 Vielen Dank.